Hallo Leute und willkommen zu der nächsten Special-Folge. Wir hatten ja bereits in diesem FM-Jahr eine Special-Folge, die ist hoffentlich in der Beschreibung verlinkt, falls ihr da nochmal kurz drauf gucken wollt. Das hier ist Part 2 von wahrscheinlich 2 und wir wollen mal schauen, was nach 2029 so in meinem Kroatien-Abenteuer noch so passiert ist. Denn es ist einiges passiert mit Haas-Caspit, die ja ehemals Ehren-Caspit waren. Wollen wir heute mal reingucken und ich will euch mal so zeigen, was dann in diesen knapp 4 Ingame-Jahren noch so passiert ist. Also, ich habe wieder keinen Plan gemacht, weil das war mir ein bisschen zu blöd und ich glaube, das ist auch anderweitig besser, wenn man einfach drauf loslabert. Ich habe in der Zwischenzeit einfach weitergespielt, genauso was ich vorher gemacht habe. Mein Ziel war es, weiterhin die Champions League zu gewinnen. Mein Ziel war es, weiterhin gute Spieler zu haben und wahrscheinlich auch ein gutes Transfer-Ergebnis und so weiter. Also das Übliche eigentlich, was man halt so haben möchte, wenn man in der FM-Jahr spielen möchte und ja, so ein Mist halt. Wir können immer gleich reinschauen. Also Liga kann ich euch gleich sagen, ihr seht es ja auch hier oben, die wurde einfach immer gewonnen, weil die kroatische Liga ist viel zu schwach gewesen für mich dann einfach. Ich habe dann alles weggehauen, was es nur zu weghauen geht. Ich fand es ganz schön, dass Arthur Glavaneis, glaube ich, Antun, sorry, dann noch in der letzten Saison Torschützenkönig gewonnen ist, vor Davo Mahera, aber dazu komme gleich. Ich möchte euch erstmal die Ergebnisse der Liga anzeigen in den letzten Jahren. Wir hatten 2029 in der letzten Folge aufgehört. Da bin ich logischerweise auch Meister geworden, so wie halt immer leider. Das ist eigentlich auch kein großer Spoiler gewesen, dass ich wahrscheinlich immer Meister geworden bin. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann wisst ihr eh, was jetzt auch so kommen wird, größtenteils zumindest oder halt das Größte an sich. Ja, also hier hatten wir ganz locker, wie auch eigentlich in jedem Jahr, die Liga gewonnen mit 93 Punkten. Istra auf Platz 2 mit 69 Punkten, das war ja schon ein bisschen easy. 2030 dann ähnlich, ich glaube die gleiche Punktzahl, oder? Ne, einen Punkt weniger, das war eine schlechte Saison. Also, vor Dynamo Zagreb Meister geworden, auch wieder mit über 90 Punkten und 22 Punkten Rückstand von Zagreb logischerweise. Ich fand es interessant zu sehen über die vier Ingame-Jahre, dass NK Istra, die ich in dem letzten Part dieses Specials noch als mein Verfolger Nummer 1 gesehen habe, dass die komplett abgeschissen sind, das werden wir jetzt gleich sehen. Wir sind jetzt hier 2030 auf Platz 5 gelandet von 10, das ist halt perfektes Mittelmaß. Aber für einen Klub mit so viel Geld und so teuren Spielern, ich glaube die hatten bis zur letzten Saison noch gefühlt mehr Gehaltsbudget als wir, beziehungsweise halt ein Etat von, wir können ja mal gucken, wir haben ja heute Zeit, zeig mal her. Ach, sie haben halt sogar wirklich noch den höheren, den viel höheren Etat sogar. Das ist schon sehr krass, wenn wir gleich die Position nochmal sehen werden. Also, ja, auch hier Meister gewonnen, 2031 ebenso, das war aber eine schlechte Saison, da hatte ich kurzzeitig Angst, dass es vielleicht nicht gut geht, aber Zagreb war auch hier wieder echt schlecht und hat sich einfach nicht gepusht. Ist drauf Platz 7, mittlerweile abgerutscht, 2031 und 2032 saß dann so aus, das ist drauf Platz 9. Abgerutscht, ist wir wieder Meister geworden, wieder nicht so starkes Ergebnis. Das liegt aber größtenteils auch daran, dass man im europäischen Wettbewerb einfach weitergekommen ist und dann halt mehr rotiert hat. Und was will ich da großartig immer meine beste Mannschaft hinpacken, wenn auch meine zweite Elf sehr gut ist und höchstwahrscheinlich alles gewinnen wird oder mindestens halt einen Unentschieden holen wird. Auch hier nur zwei Niederlagen gegen Ozzy Jack und gegen Hajduk Split, die auf Platz 7 gelandet sind. Und 2033, die letzte Saison dann, ist Istra fast abgestiegen. Die spielen noch ein Playoff hier in diesem Save. Ich hatte eigentlich schon, nee, sag ich später, Zagreb wieder auf Platz 92 Punkte geholt. Auch hier wieder der Meistertitel, wie es auch nicht anders erwarten war. Aber Istra ist schon krass, wie heftig die halt abgerutscht sind. Das war stetig weiter nach unten. Von 2 auf 5 auf 7 und jetzt auf 9. Und jetzt vielleicht noch der Abstieg, wenn sie das Playoff nicht gewinnen gegen Slavonia, die erst neu aufgestiegen sind. In der zweiten Liga sieht es auch nicht so unfassbar krass aus. Diese Teams sind mehr bei der Sonne, aber ich glaube, da gibt es nicht so viele, die man kennt, wenn man sich nicht unbedingt mit dem Fußball beschäftigt, in Kroatien. Ja, und der Pokal, das war wieder so ein On-Off-Ding. Der war nicht so geil für mich, ab und zu mal. Aber gut genug, um es halt trotzdem offenbar zu gewinnen. In diesem Jahr gewonnen, gerade so im Elfmeterschießen, aber dazu komme ich gleich, 2029 hatte ich den nicht gewonnen, weil ich da leider im Elfmeterschießen verloren habe, wie so gerne. Also diese Elfmetern, die verfolgen mich jetzt, glaube ich, mein Leben lang. Auch mit dem Paris-Spiel im anderen Let's Play, das war nicht schön. Ein Jahr danach leider nicht im Finale gewesen, 2030. Da war Zagreb gegen Lokomotiva im Finale. Ich war nicht mal im Halbfinale, sondern ich bin im Viertelfinale auch wieder im Elfmeterschießen rausgeflogen. Das Lustige dabei ist aber, das zählt nicht als Niederlage, also habe ich gefühlt jetzt irgendwie 300 Spiele in Folge ungeschlagen, im Pokal halt. Müsst ihr euch mal vorstellen. 2031 sah es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, da habe ich dann 4-1 gegen Rijeka gewonnen. 2032 dann 3-0 gegen Haiduk Split. Und ja, 2033, die aktuelle Saison, oder die vergangene jetzt, auch im Elfmeterschießen. Da hat es mal geklappt, ne? Da hat man das gewonnen. Aber was halt viel wichtiger ist, ist, was europäisch halt passiert ist, ne? Weil das war ja mein großes Ziel. Liga und Pokal ist ja easy, das kann jeder. 2029 haben wir hier aufgehört. Ich mache mal kurz alle Wettbewerbe raus, die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Super Cup, können wir auch noch ruhig reinklatschen. So, also, warte mal, die kroatische Liga wollte ich noch rausnehmen. In der 30er-Saison, also eine Saison, nachdem wir aufgehört haben, mit dem letzten Special, wo wir gegen United rausgeflogen sind. Aber das war so ein bitteres Spiel, ne? Ekelhaft. Da habe ich es geschafft, nicht aus der Gruppe rauszukommen mit einem Sieg. Es war eine schwierige Gruppe, aber man hätte die auch gewinnen können. Super Cup übrigens gegen Sargep gewonnen, nachdem ich den Pokal ja nicht gewonnen habe. Immerhin da war es. Ich fand es lustig, dass der Super Cup einem automatisch zugeschrieben wird, wenn man den Pokal und die Liga gewinnt. Das war ganz lustig, das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich dran denke. Aber ich denke mal. Ja, die Gruppe, die war eigentlich von außen hin, oder, ja, von außen betrachtet nicht so schwer für uns. Gegen Atletico und Monaco wird es wohl schwer, aber gegen Galatasaray hätte man ja ruhig gewinnen können. Hat man aber nicht geschafft. Es war kein schönes Jahr, dann in die Euroleague runtergerutscht. Da dachte ich, okay, jetzt gewinnen wir die Euroleague. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht im FM. Aber dann kam Leipzig und es war irgendwie jetzt nicht so schön. Und ja, dann ist man instant rausgeflogen. Hier hat es gerade noch so gereicht für Leipzig aufgrund der Auswärtstore. Da habe ich mich geärgert, weil ich im Hinspiel alles aufgemacht habe zum Schluss. Weshalb Patrick Voposi noch in der 93. das Tor gemacht hat, zu einem ganz wichtigen Auswärtstor. Und ja, eigentlich habe ich das 16. Finale nur wegen diesem Auswärtstor dann verloren. Und wäre das ein 2-1 gewesen, hätte ich jetzt gesagt, okay, kommen wir weiter. Achtelfinale, aber ja, hat nicht geklappt. So, natürlich ist man wieder in die Champions League gekommen durch die Liga, weil man Erster geworden ist. Also so wie immer. Da hat es dann auch nicht so weit gereicht. Gruppe, boah, war schwer. Aber hat man gekriegt gegen Juve, gegen Spartak Moskau, gegen Sporting. Dann kam Real Madrid im Achtelfinale und es war schon wieder alles vorbei. Das zog sich ein bisschen durch, weil du arbeitest halt auf diese Spiele zu. Du hast in der Liga nicht wirklich die Herausforderung, genauso wie im Pokal. Du musst also versuchen, die Spannung hochzuhalten und vor allem zu hoffen und zu sehen, was deine Mannschaft noch braucht gegen schwache Gegner, um halt gegen starke Gegner, wie halt hier die vier Vereine zum Beispiel, dass du da halt gut dran bist. Weil ich muss auch sagen, wir hätten Real Madrid auch hier besiegen können. Das sieht jetzt vielleicht eindeutiger aus, als es ist. Vier Gegentore bekommen, nur zwei gemacht. Aber mein Team hatte in den ersten paar Saisons, also auch im letzten Special noch, in Europa immer so die Angewohnheit, in den großen Spielen scheiße zu machen. Da hat man gerne mal eine rote Karte bekommen. Hier wird zum Beispiel Boudirif. Der hat dann einfach irgendeinen Mist gemacht, der niemals hätte passieren dürfen und ist dann vom Platz gefallen. Oder Calderon hier in der 23. Ich hätte gegen Real Madrid hier gewinnen können und ich war da so unfassbar angepisst. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich in den Transfers sehen, weil da habe ich viel gemacht. Ich habe nie einen großen Umbruch gemacht. Also die Spieler, die wir jetzt gleich im Team sehen werden, die sind größtenteils auch schon in der letzten Special-Folge da gewesen. Da gab es jetzt keine großen oder extrem großen Änderungen. Ich habe auch nicht 500 Millionen ausgegeben, obwohl mein Transferbudget aktuell 261 Millionen ist und ich habe 1,6 Millionen Gehaltsbudget. Ich glaube, wenn ich das hin und her schieben würde, würde das echt krass aussehen. Ihr habt 344 Millionen. Aber das ist halt das Ding, wenn du fast nur verkaufst und eigentlich nichts Großartiges kaufst, was über 5 Millionen kostet. So, 2032, da sollte alles besser werden. Nicht wieder so verkacken gegen Real Madrid. Nicht wieder so eine Scheiße machen, dass man in so einem wichtigen Spiel halt rot bekommt in zwei Spielen. Und deshalb, ja, in die Gruppe rein war eine schwere Gruppe. Real Madrid, United und Bukarest. Bukarest, klar, muss man gewinnen. United hat man einmal gewonnen, aber gegen Real Madrid 0-4. Dann 1-2 verloren gegen Real Madrid im Rückrundenspiel und 0-3 verloren gegen United im Rückrundenspiel. Das hat richtig wehgetan. Und dann war es natürlich vorbei, weil mit, ja, drei Siegen kommst du normalerweise nicht weiter. Sind dann aber in die Euroleague gekommen, haben dann Saloniki besiegt, zum Glück, weil das war ziemlich easy. Chelsea, ganz schwieriges Spiel, gerade so im Rückspiel dieses 2-0 aus dem Hinspiel noch veredelt und mit den Auswärtstoren gewonnen, weil man 4-2 halt gewonnen hat. Dann AS Rom, ganz schwieriger Gegner, aber da hat Davo Maher mal wieder richtig gut gespielt, weil der Typ, der ist so geil. Der war in der letzten Folge noch 18. Schauen wir uns gleich mal an, wie der sich entwickelt hat. Dann Barca. Fuck Barca, ne? Alter, was sind die in der Euroleague? Geht mal in die Champions League, dachte ich mir. 1-0 haben sie das Hinspiel gewonnen. Dann alles über den Haufen geworfen im Rückrundenspiel oder im Rückspiel, sorry. Im Halbfinale 4-1 gewonnen wieder Davo Maher und dann ging es ins Finale und dann war Watford da und die wussten gar nicht, was auf die hinzukommt, ne? Die dachten, pff, Split, pff, wir sind halt Premier League, wir haben halt Asche und dann kamen wir, bam, 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 6-1 gewonnen. Erster richtig großer Titel und dann in der Euroleague, es ist irgendwie, es zieht sich durch, ne? Ganz ehrlich, nächstes Jahr werden wir auch halt wieder die Euroleague gewinnen, das kann ich euch sagen, ne? Dieses Jahr, mal schauen, wird schwer im FM18-Let's Play, je nachdem, was den Vereinen wir bekommen, aber ich kann euch, glaube ich, jetzt schon sagen, wahrscheinlich werden wir im nächsten Jahr im FM19-Let's Play auch wieder die Euroleague gewinnen, weil das ist irgendwie mein Wettbewerb anscheinend. Wahrscheinlich ist das bei mir innen drin einfach so verankert, nachdem der HSV damals zweimal im Halbfinale ausgeschieden ist und gerade 2010 müsste es gewesen sein, dann halt als man im eigenen Stadion, im Finale hätte sein können, wo man dann leider gegen Fullhelm ausgeschieden ist. Ich glaube, da muss ich einfach immer noch was kompensieren und deswegen gewinne ich immer die Euroleague. Aber 6-1 war schon saukrass. Also da ging es ja auch ganz früh los, vierte Minute, dann, ja, dann kam schon das 1-1, aber dann hat man aufgedreht, 32., 40., 46., 48., und alles war eigentlich schon entschieden. Das war so geil. Boah. Unfassbar, wie das eigentlich abging. Und hat ein bisschen, das war ein komisches Gefühl, weil bei so einem Finale denkst du ja immer, okay, push dich, du musst halt aufmerksam bleiben bis zur letzten Sekunde, bloß keinen Fehler machen. Achte auf alles, was wichtig sein kann. Schau dir die Formation des Gegners an, schau dir die Taktik an, schau, was dein Co-Trainer dir sagt, schau, wo die Räume offen sind, wo deine Spieler stehen, wo die Gegner stehen, und dann führst du halt nach vier Minuten schon, denkst dir, okay, gut, aber vielleicht ein bisschen zu früh, kriegst das 1-1, denkst dir, oh, fuck, und auf einmal 2-1, 3-1, 4-1, 6-1, okay, was mach ich hier eigentlich? Chill, lehn dich zurück und gewinn halt ganz easy die Euroleague und schön ist. Ist sehr strange immer, wenn man so ein Finale halt, oder so ein wichtiges Spiel halt, so schnell, so hoch führt. Aber ist halt auch geil, ne? Also, hier gab es 2032 Titel in der Liga, Titel in der Euroleague und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es da auch schon das kleine Triple gab, 2032, aber ich glaube schon, ich glaube, da habe ich das kleine Triple gewonnen. FM, please, nicht abschmieren, das wäre jetzt nicht so schön, gerade jetzt nicht, aber er schmiert gerade ab. Ja, gut. Ja, also, da gab es schon das kleine Triple, war natürlich da schon eine richtig geile Saison, ne? Also, schwer das halt noch zu übertreffen, aber ich habe es natürlich geschafft. Supercup leider gegen Bayern verloren, aber Champions League-Kruppe gegen ZSK in Moskau, gegen Marseille und Arsenal irgendwie geschafft zu gewinnen. Dann Bayern, oh, schwer. 2-0 insgesamt, dann City schwerer oder war leichter als gedacht, sagen wir es ja so rum. 2-1 gewonnen, im Hinspiel dann 5-0 im Rückspiel zu Hause gewonnen. Monaco, oh, Halbfinale, 2-0 verloren. Oh, shit, Mohamed Rego, 90. Minute, noch ein wunderschönes Tor für Monaco, kein Auswärtstor gemacht, aber dann kommen wir nach Hause, nach Split und zack, 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 3-0 gegen Monaco, dann ins Finale, Barca und 3-1 Sieg. So geil und dann habe ich endlich mein Ziel geschafft, was ich schon so lange vorhatte, mit einem kleinen Dorfklub, weil ganz ehrlich, was anderes ist ja ein NK-Split nicht gewesen, einfach mal wirklich durchzuspielen, geile Spieler zu entwickeln, eine schöne Taktik zu haben und da hat mir auch der Marseille-Safe, beziehungsweise jetzt natürlich Spanien-Safe, sehr geholfen, mit der Fünferkette auch noch, wobei die hier entwickelt wurde und ich bei Marseille, hat mir natürlich sehr geholfen und dann halt Barca, die halt so übermächtig eigentlich sind, auch wenn sie seit ein paar Jahren, glaube ich, nicht mehr den Titel gewonnen haben, letztes Mal 2030, dann hat es irgendwie geklappt und dann hat man früh halt schon die Tore gemacht, 19.24. und dann 78. Zwischenzeitlich hat Ivan Postonski noch das Anschluss-Treffertor gemacht, mit dem 1-2, da dachte ich auch, oh shit, oh shit, bitte nicht, aber es hat dann irgendwie noch gereicht, gucken wir uns das mal kurz an, weil Alejandro Calderón hat noch ein richtig geiles Tor ausgehauen, das müsst ihr euch ansehen, wenn ich, kann ich auch irgendwie die Tore nur ansehen? Ich glaube, hier müsste das sein, ich könnte natürlich eigentlich auch auf jedes Tor einzeln klicken, das wäre irgendwie ein bisschen logischer, aber logisch gibt es heute nicht. Okay, das, sind wir hier bei einem iPhone, oder was? Also bitte, okay, wir schauen uns die Tore so an, Yunyung Yin vorne drin, neben Maher in dem 5-2-3, welches ihr auch aus dem Let's Play kennt, das ist die gleiche Taktik, wir werden uns das Team gleich nochmal anschauen, übrigens, Wojtek Kares, mein linker Innenverteidiger, schön angeschlagen, also es war so ein bisschen mein Held, und das war das erste Tor, schön angenommen und wunderschön reingemacht, ihr seht ja auch hier die Stats noch ein bisschen, das sind jetzt natürlich nach 90 Minuten, auch schön verdient eigentlich, Tor des Tages gehörte aber eigentlich meiner Meinung nach Alejandro Calderón, der den Ball von Antonio Nevis bekommen hat und zack, längs unten rein und da wusste ich, fuck, ich gewinne die Champions League, ich schaff's endlich, mein scheiß Ziel zu erreichen, das war vor dem letzten Champions League Finale im FM Let's Play, also bevor ich wundere, das war jetzt insgesamt mein drittes, mit dem United Spiel gegen Marseille war, wann es jetzt vier Champions League Finals die ich hatte, das hier war ein bisschen doof, ne, 40. Minute, 2-1, aber ich dachte mir, oh no, oh no, bitte not, und man hat dann eigentlich danach echt gut gespielt, wollte eigentlich die Tore sehen, ey, Schiri, pfui, und Davro, Maher, zum Glück noch, Alter, was ein geiles Spieler, sag ich euch, hat's dann noch in der 78, 78, sorry, ganz klar gemacht, schön quergelegt von Jun und dann zack rein und dann war dann alles klar und dann hat man endlich die fucking Champions League gewonnen, unfassbar, also ich kann's immer noch nicht ganz glauben, das ist jetzt für mich, ich guck mal kurz, es war am 9. Juni, drei Wochen ist es jetzt knapp, ja, sagen wir zweieinhalb ist es her, also es war schon richtig geil, richtig, richtig geil, ich hab's natürlich auch auf Twitter gepostet, also ist jetzt nicht der Ultraspoiler für die meisten wahrscheinlich, dass wir das hier gewonnen haben, aber es war schon sausau geil und dann in der gleichen Saison wieder Pokal und wieder die Liga gewonnen, wunderschön, dann halt wieder ein Trippel, zwei Trippels hintereinander, übrigens gegen Bayern, die haben den Supercup dann leider verloren, das war ein enges Spiel, aber ja, nicht so schlimm, fuck Supercup, aber lustigerweise hat Yusuf Okonkwo getroffen, der ja auch mal bei mir war, den hab ich nämlich für absolut gar nichts geholt, den hatten wir in der letzten Folge schon, ist dann zu Darmstadt und zu Istra Pelai gegangen, dann für 5-5 zu Soshan und dann für 50 Millionen zu Bayern, aber da auch nicht so geil gespielt bisher, aber es zeigt mal wieder, wie krass das sich auch ändern kann, vorher halt in Nigeria gespielt, nicht wirklich interessant gewesen für die meisten, dann haben wir ihn mal in die Bundesliga verliehen, war eine super Saison eigentlich, 16 Spiele, 7 Tore, wahrscheinlich viel reingekommen und so, Istra war dann auch solide und in Frankreich hat er dann richtig gescored, das war halt richtig stark hier, ich mein 20 Tore jeweils in diesen Saisons und dann halt auch zu Bayern, da lief es dann nicht so gut, aber so schnell kann es gehen, wirst entdeckt von mir und 4 Jahre später landest du bei Bayern, wie auch in echt, nee, aber fand ich sehr interessant, dass Okonkwo halt so einen Sprung gemacht hat, die anderen Transfers würde ich euch auch gerne noch zeigen, weil mein Team, wie gesagt, größtenteils gleich geblieben ist, mit diesen Transfers hier hatten wir aufgehört, von den Talenten hier sind aktuell, glaube ich, keine, nee, gar keine sogar im aktuellen Team, also da hat sich nicht viel getan, Gustavo zum Beispiel ist ein interessanter Spieler, den haben wir zu Toulouse verkauft, weil er die ganze Zeit bei Taranto, meinem Partnerverein, richtig gut gespielt hat, dann 7,5 Millionen hat er Toulouse gekostet, 31 Spiele gemacht, war okay, würde ich sagen, aber für uns hat es halt nicht gereicht und das ist schon krass, das zu sagen, hatte mir Gaston einen Trauburg geholt, das war ja auch so ein Spieler, der größtenteils auch geholt wurde, um halt die Jugendspieler anzuleiten, habe ihn dann nach China verkauft, wo er nicht ganz so stark war, habe aber auch eigentlich keinen, ich habe sogar ein bisschen Gewinn gemacht, obwohl er nicht so stark war, also die erste Saison war halt richtig stark, 16 vorlang machst du nicht einfach so, aber danach war irgendwie die Luft raus, also die Transfers hatten wir jetzt zuletzt, ich glaube, die hatten wir auch noch, nee, kann ja gar nicht sein, oder? Wir hatten 2029 aufgehört, dann können diese Transfers da gar nicht ungewissen sein, dann kennt ihr die noch gar nicht, die hier müsstet ihr alle kennen, gibt es da noch jemanden? Yuki hatte ich leider auch verkauft, der war geil, aber Everton war geiler und hat 5 Millionen geboten, hat ihn nicht einmal gespielt und hat ihn dann an Sporting Braga verliehen, Jaguar hat seine Karriere beendet dann mittlerweile, Medina war noch ganz gut, spielt momentan noch bei mir, hat 25 Spiele von Anfang an gemacht in dieser Saison, aber wurde auch größtenteils eigentlich abgelöst, weil es bessere gab, aber mit 23 Jahren halt schon 55 Länderspiele für Venezuela ist natürlich auch richtig krass, aber auch nicht verwunderlich bei so einem Land, weil Venezuela hat jetzt halt nicht wirklich die größten Fußballer aller Zeiten, mir fallen jetzt auch ehrlich gesagt nur zwei Venezuelaner ein auf Anhieb, mit Thomas Rincon und Peñaranda, bei anderen Venezuelanern müsste ich jetzt lange überlegen, es gab noch so ein Viscarondo oder wie er so hieß, den kenne ich aber auch ehrlich gesagt nur, weil er lange bei Nord gespielt hat und bei FIFA immer so eine Karte hatte, die wirklich sehr low rated war, 75 oder so, die man irgendwie immer in einem 100k Pack hatte und er hatte irgendwie 29 Pace oder so, Viscarondo oder so irgendwie hieß er, ja, sonst ein paar Talente gekauft, aber es hat irgendwie nicht so viel gebracht hier bis auf Medina, die Abgänge waren mit Dolabchev da, genau, gut, das hatten wir gesehen, aber die Transfers noch nicht, da hatte ich mir Trobock geholt, ich glaube zumindest, dass wir das noch nicht gesehen haben, ich bin mir nicht sicher, also sorry, wenn wir die jetzt schon hatten, Alvaro Hernandez war auch ein sehr starker Spieler, leider hat es dann auch nicht so wirklich geklappt bei ihm, weil bei ihm war es halt so, wenn er bei mir in der ersten Elf gespielt hat, in der zweiten war er nämlich richtig stark oder in der U19, dann hat er meistens nicht geliefert, was schade war, er hatte auch natürlich weiterhin sehr gutes Personal direkt vor ihm in der ersten Liga mit der ersten Mannschaft, er mit Nevis Tic und Irwin hatte ich vorher, Caktas war glaube ich noch nicht da, jetzt ist es Alarm, den zeige ich euch gleich nochmal, ist zu Zagreb und hat immerhin fast alle Spiele gemacht und sah auch gut aus, vorher La Liga mit Girona verliehen, war auch ganz solide, aber bei vielen musst du halt leider dir dann eingestehen, dass es nicht ganz gereicht hat, was ein bisschen schade ist, von den Verkäufen her gab es nicht so viel, da haben wir Okonkwo, den hatten wir gerade schon gesehen, Ivan Ordez hatte ich ja geholt, um meine Spieler zu tutoren, hat gut geklappt, bis Ivan Ordez mehr Spielzeit wollte mit 32 Kassianer und dann halt richtig Stunk gemacht hat, das war dann nicht mehr so schön, die ganzen Leihspieler sind momentan uninteressant, würde ich sagen, Pedro Henrique hat sich leider auch nicht so entwickelt, wie ich wollte, spielt mittlerweile bei Spartak Moskau 18,5 Mark wert, ist eigentlich gut, sogar sehr gut, spielt viel bei Spartak, aber auch für mich hat es wieder nicht gereicht, hat nicht ein Spiel gemacht für mich, hat ein bisschen Gewinn gemacht, aber ich glaube, den meisten Gewinn hat Spartak gemacht, weil sie so einen starken Spieler relativ billig bekommen hat, haben, so, 2029 und 30 habe ich mir Blas geholt, aber ich glaube, letztes Jahr hatten wir noch, egal, Blas war teuer, sehr teuer sogar, für meine Verhältnisse, weil ich selten mehr als Summe X ausgebe, stimmt, ich glaube, hier haben wir aufgehört, oder? Natürlich, macht doch Sinn, ich gucke gerade 2000, ich habe keine Ahnung, ich sage gar nichts mehr, also ich sage schon noch was, aber egal, hier habe ich richtig auf den Putz gehauen, 77 Millionen, die ich halt ausgegeben habe, Mohamed Rigo war sehr interessant, weil ich nicht gedacht hätte, dass er ein krasser Spieler wird, 4, 5 und 7, 5 ist natürlich eine Summe, die du häufiger siehst, also auch bei mir jetzt hier, aber ich hätte gedacht, oh gut, der wird ein schöner Backup, aber Vinicius, der mein Stimmer zu der Zeit, äh Quatsch, der mein Rechtsverteidiger zu der Zeit war, war halt so gut und war halt noch saujung und er ist immer noch mein Rechtsverteidiger, Vinicius, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, den habe ich nicht verkauft, den kann ich euch kurz auch mal zeigen, der ist mittlerweile lustigerweise sogar Kroate geworden, weil er für Brasilien nicht nominiert wurde und lang genug halt in Kroatien war, um jetzt Kroate zu werden, aber bei ihm ist es halt das Problem gewesen, bei Vinicius, auch wenn er viel Talent hatte, mittlerweile leider nicht mehr so krass, hat er sich nicht so krass entwickelt und war sehr verletzungsanfällig, also er ist oft ausgefallen in richtig wichtigen Zeiten und dann teilt sogar ziemlich lange, also hier haben wir zwei Monate, zwei Monate zum Beispiel, also seine Verletzungshistorie ist schon ordentlich, füllt halt eine ganze Seite aus, auch wenn es halt acht Jahre sind, aber hier 2032 hat er halt gleich fünf Einträge, 30 auch knapp, also er war schon sehr verletzungsanfällig und deswegen hat Rigo auch viel Spielzeit bekommen und wurde jetzt ehrlich gesagt zu einem der besten Rechtsverteidiger der Welt, 16,75 Millionen Marktwert, die Marktwerte bei mir könnt ihr nicht wirklich ernst nehmen, weil die leider noch sehr gehemmt sind von der Reputation der Liga, aber ihr seht ja die Werte und ich kann euch auch sagen, ich habe ein Angebot von Paris bekommen, die sehr geil auf ihn waren, während sehr viele andere Vereine auch sehr geil auf ihn waren, aber Paris war am geilsten, ja und die haben wirklich 77 Millionen für ihn geboten und ich habe das abgelehnt, weil du kommst dann halt zu diesem Zeitpunkt auf die Frage, brauche ich überhaupt das Geld oder wäre das halt nur für mich das Prestige, dass ich halt einen Spieler für wenig Geld hole und den entwickle und dann halt für viel Geld verkaufe, dann ist die nächste Frage, brauche ich überhaupt dieses Prestige, das ist mir doch scheißegal, ich möchte die fucking Champions League gewinnen, Mohamed Rigo kann mir dabei helfen, also Paris, sorry, sucht euch einen anderen, aber Mohamed Rigo bleibt bei mir, ist mir egal, ob ihr nun 77 Millionen bietet oder 770 Millionen, gut, ich glaube bei 770 Millionen hätte ich verkauft, aber da dachte ich, nee, komm, der ist so ein geiler Spieler, schaut euch die Werte an, die sind so unfassbar gut, ne, der muss einfach bei mir bleiben, der ist halt 24, ne, und, boah, spielt so geil, also ist glaube ich der beste Rechtsverteidiger, den ich jemals hatte und ich hatte halt, wie hieß er nochmal, Fiamozzi, im FM, 14 müsste es gewesen sein, oder 15, ich glaube 15 war es, und da waren halt die Außenverteidiger in der richtigen Taktik noch sehr überpowert, und Mohamed Rigo hier ist in der Taktik, die keine überpowerten Außenverteidiger hat, halt besser und geiler, war es ein geiler Spieler, und hat halt wirklich kaum was gekostet, Blas Pettis ist auch noch bei mir, habe ich mir für 14 Millionen geholt, da war ich mir nicht sicher, weil ein Spieler, der halt mit knapp 24 immer noch in Argentinien rumdümpelt, vorher kurz mal in der MLS war, und da halt auch nicht so krass aufgespielt hat, den dann zu holen, gefährlich, und er hatte auch nicht die geilen Stats, ne, schaut euch das an, er hat kein Assists dieses Jahr gemacht, in der Liga zumindest, in der in dem Cup hat er einen gemacht, hat zwei gemacht, und in Europa meinen drei, aber gut, ich habe auch sehr viel rotiert bei ihm, dass er halt fast nur in Europa spielt, das kann ich jetzt auch nicht als großen Anhaltspunkt sagen, aber bei ihm sind nicht die Statistiken wichtig, wie Tore und Assists, das Ding bei ihm ist halt, er bringt halt Sicherheit rein und Stabilität, und er hatte immer eine gute Passquote eigentlich, da sehen wir, sogar 87 hier, 90, und 88, und das war halt dann wichtig, das war dann wichtiger als irgendwelche Tore und irgendwelche Vorlagen, weil das können immer noch andere machen, und vor allem in der Taktik, die ich habe, sind die Achter auch nicht mehr so unfassbar torgefährlich, die sind einfach da und machen einfach alles gut, wenn es gut läuft, und Lars Pérez war halt ein super Spieler dafür, und deswegen finde ich ihn auch weiterhin richtig gut, habe auch viele Angebote bekommen, Lille war sehr geil auf ihn, Chelsea auch, und ich glaube United, aber auch bei ihm dachte ich mir, nee, verkauf es nicht, das höchste war allerdings 35 Millionen, also auch nicht so hoch, wie ich es mir gewünscht hätte, ich glaube hätte ich vor zwei Jahren oder so ein großes Angebot, so in Höhe von, sagen wir mal, 60 Millionen bekommen, oder sagen wir vor einem Jahr, dann hätte ich das glaube ich angenommen und mir halt für wahrscheinlich 100 Millionen oder so einen richtig, 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 richtig krassen ZLM geholt, aber so dachte ich mir, nee, muss nicht sein. Lukas Vera Borda hat oder ist immer noch mein teuerster Transfer aller Zeiten als Zugang, aber er hat es nicht gebracht, er war scheiße, leider, hat bei mir in 44 Spielen halt 8 Tore gemacht und 13 Vorlagen in der Liga, das war nicht gut, hat mir nicht gefallen, hab ihn aber mit Gewinn an Chelsea verkaufen können, wo er in der ersten Saison nicht so stark war, in der zweiten eigentlich auch nicht, nach 28 Spielen ein Tor, zwei Vorlagen, das ist halt, das ist halt nicht gut und deshalb bin ich ziemlich froh, dass ich ihn noch losgeworden bin, das hat leider nicht so funktioniert, größtenteils lag es an ihm, aber dass ich ihn verkauft habe, war auch dann die Entscheidung, dass ich komplett auf dieses 5-2-3 gegangen bin, so war übrigens meine, ach Quatsch, das zeige ich euch gleich, muss ich euch jetzt nicht zeigen, so, Sylvain Flaman, auch interessanter Spieler, Rechtsverteidiger, der sehr oft bei großen Vereinen gehandelt wurde, aber es leider nicht geschafft hat, irgendwie bei mir Fuß zu fassen, würde ich jetzt verkaufen, aber nach den Erfolgen hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich danach aufhören würde, äh, Sonst, Baudiav, der in dem Real Madrid-Spiel, welches wir gerade gesehen haben, Mut bekommen hat, sehr interessanter Spieler, weil ich ihn eigentlich als Sechser geholt habe, in der Zeit, wo ich gerade in der, in der Übergangsphase steckte, wo ich von 4-2-3-1 standardmäßig auf 5-2-3 gehe, und als Sechser mit limitierten, ja, technischen Skills, war er so ein bisschen hilflos dann, aber ich habe ihn dann als Box-to-Box umtrainiert, er kann das immer noch nicht richtig gut, aber, er hat sich, ja, eigentlich immer gepusht, und hat dann einfach seinen Stammplatz geholt, vor allem er ist physisch, äh, physisch halt ein komplettes Monster, ne, schaut euch diese Physis-Werte an, der Typ, den wollt ihr halt nicht auf dem Platz begegnen, der haut euch einfach weg, und ihr fliegt dann halt in ein anderes Stadion rein, wahrscheinlich, das war so stark, was er teils gemacht hat, er hat halt in der Anfangsphase bei mir, so die ersten zwei Saisons, die hier, die beiden hier, oft noch so diesen einen Fehler gemacht, der dann halt wirklich wehgetan hat, zum Beispiel eine rote Karte, die dumm war oder so, oder halt ein paar dumme Grätschen, die dann wirklich wehgetan haben, ihr werdet bei vielen Stammspielern halt sehen, dass sie die kaum Liga-Einsätze in dieser Saison haben, weil sie halt einfach immer geschont wurden, ich hatte ihn nochmal an Düsseldorf ausgeliehen dann, aber, geiler Spieler, super. äh, Kidd, sehr interessanter Spieler, so wie viele, also ihr tut mir leid, ich werde das sehr oft jetzt auch sagen, aber Kidd ist, halt so ein Spieler, der wird auch ein bisschen brauchen, ne, er ist 21 Jahre alt, er ist für mich ein reiner Backup, weil, wenn ich halt meine Mannschaft umstelle, mache ich das gerne nochmal auf ein 4, 2, 3, 1, also ich habe in meiner aktuellen Taktik immer zwei pro Position, also zwei Außenverteidiger auf links, zwei Außenverteidiger auf rechts, habe dann aber doch nochmal einen Spieler auf links und auf rechts außen, falls ich wirklich mal sehr offensiv gehen muss, oder halt mal eine andere Taktik spielen möchte, weil ich kann meinen Außenverteidiger nicht unbedingt auf diesen Positionen spielen, wenn sie halt nicht gutes Finishing haben oder halt kein gutes Dribbling oder sowas, ne. und Kidd ist deswegen geblieben, weil er halt früh gekommen ist, ziemlich jung war, erst in der U19 gespielt hat, ein paar Mal Erstligaluft geschnuppert hat, ein paar Mal verliehen wurde, aber dann ging es eigentlich richtig gut ab, also hat hier viel gespielt in der Liga, lustigerweise exakt die gleichen Stats, das habe ich auch noch nicht gesehen, 25 Spieler, 8 hoch, 6 vorlagen und dann zweimal Man of the Match gewonnen, nur die Note war dieses Jahr ein bisschen besser, hat auch richtig gute Werte, ne, also hat sich schon geil entwickelt, aber, was mir bei ihm noch so ein bisschen fehlt, ist, seine Geilheit, dass er halt wirklich so ein Next Level erreicht, das fehlt bei ihm noch so ein bisschen, schade eigentlich, aber lustigerweise habe ich ihn auch schon als fast Links-Außenflügelverteidiger trainiert, was ich bei beiden Flügelspielern habe. Philippe Andersson auch in diesem Jahr geholt, für sehr wenig Geld, der bei mir im Champions-League-Finale auch zum Einsatz kam, wenn ich mich richtig erinnere, ist so ein bisschen hin und her geswitcht diese Saison zwischen Stamm-Innenverteidiger und Backup-Innenverteidiger, das ist aber auch leicht, wenn du drei Innenverteidiger hast, dass da mal jeder mal zum Zug kommt. Sehr gute Werte, ist auch so ein Spieler, der fast für Kroatien hätte gespielt, hätte können tun, aber bei ihm war es so, so ein Monat, bevor er dann für Kroatien verfügbar gewesen wäre, hat Brasilien ihn dann nominiert und jetzt hat er immer ein Zweiländerspielschimmer gehabt, aber bei ihm erwarte ich auch noch richtig Geiles, also der sollte so in fünf Jahren wirklich einer der besten Verteidiger der Welt werden, glaube ich zumindest. Hatte mir dann hier von Marseille Omar Diop geholt, das ist ein 18-jähriger Torwart gewesen, 14,75 Millionen und ich dachte mir, ich habe mir echt den Kopf zerbrochen, mache ich das, mache ich das nicht, der Typ ist echt teuer und ein 18-jähriger Keeper, das ist immer so gefährlich, vor allem wenn die jetzt noch keine guten technischen Stats haben, wie zum Beispiel passen und so, saugefährlich, aber bei ihm hat es geklappt, er ist ein guter Keeper geworden, er kann immer noch mehr, ganz klar, da ist noch viel zu holen, er hat auch nicht mehr so das Potenzial, welches ich mir erhofft habe, aber er war halt mein Stammkeeper, er ist mein Stammkeeper und hat mir ein paar wichtige Dinge festgehalten und deshalb bin ich sehr froh, dass ich ihn geholt habe, ich hätte mir aber, glaube ich, wenn ich ungeduldiger gewesen wäre, noch ein paar andere Keeper holen können, die dann deutlich stärker gewesen wären, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass Omar Diop gekommen ist und immer noch mein Stammkeeper ist, also guter Spieler. Antonio Valsonay, bei mir aktuell Backup gewesen, auch so eher die Rotationsmasche, das in der Liga spielt, aber in den wichtigen eigentlich nicht, aber er hatte profitiert, in dieser Saison davon, dass sowohl Blas Perez als auch Bodejaf ziemlich oft verletzt waren und dann hat er auch ein paar gute Spiele gemacht. Geiler Spieler eigentlich, weil 21 Jahre alt und super Werte, ich finde es halt echt überraschend, wie viele starke Physis-Spieler ich habe, aber auch hier mental schon sehr weit, da hat natürlich viel das Tutoren geholfen, das Tutoring, weil das war einfach immer sehr gut und hat sehr geholfen und das ist so wichtig, das darf man einfach nicht unterschätzen, wie unfassbar wichtig das ist. Sonst, bei den Verkäufen gab es Ronan, eine doofe Story bei Ronan. kam als einer der geilsten Spieler ever zu mir und ich wollte ihn dann eigentlich hier verkaufen, nachdem er seinen Kreuzbandriss hatte und bei mir nicht gespielt hat und ZSKA Moskau hat 50 Millionen geboten und ich dachte mir, geil, super, sofort annehmen, komm, weg hier und er hat es abgelehnt. Er hat das Angebot von ZSKA Moskau abgelehnt und ich konnte ihn nicht weiterverkaufen, weil keiner mehr diese 50 Millionen bezahlen wollte und dann hat er sich auch noch verletzt, sein Wert ging weiter runter, weil er kaum gespielt hat und dann musste ich ihn leider für viel weniger verkaufen, als es mir lieb gewesen wäre und zwar für 16,5 Millionen. Juve, drei starke Jahre gehabt und dann für 50 Millionen diese Sommer, die ich eigentlich gerne gehabt hätte zu Arsenal, wo er jetzt wirklich 84 Millionen wert ist. So ein Spieler, hat bei mir gespielt. Einer der besten Spieler oder teuersten Spieler der Welt hat bei mir gespielt und der war mir dann einfach zu schlecht. Müsst ihr euch mal überlegen. So ein Spieler, der bei Arsenal halt 84 Millionen wert ist, ist mir zu schlecht gewesen. Das war schon krass, auch wenn er halt verletzt war natürlich. Diese Kreuzbandere Saison hier, die war halt, die hat halt sehr weh getan. Nicht nur ihm, sondern auch mir. Dann hatte ich noch Bill verkauft, bei ihm hat es auch nicht so wirklich gefunkt. Was schade war, weil er kam mit Vorschusslobe an. Dann hat er ein paar gute Saisons gehabt, auch hier bei Schibinic zum Beispiel. Sehr stark gespielt, aber es hat bei mir nicht ganz gereicht. Diese Saison war solide, aber er konnte dann einfach nicht dran anknüpfen und habe ihn dann irgendwie für knapp 11 Millionen verkauft bekommen an Köln, die aber auch nichts mit ihm anfangen konnten. Und mittlerweile ist er wieder in Brasilien, da ist es ganz in Ordnung eigentlich bei ihm. Sonst, oh, Petra Jira wurde ein bisschen älter, hatte nicht so geile Determination, weshalb ich ihn gerne verkauft habe, um Platz zu machen, um das Team rein vom Team her zu verstärken, weil Jira hätte bei mir nicht mehr so viele Spiele gemacht, auch wenn Besiktas halt nochmal Gewinn gemacht hat, aber da war es mir dann einfach so, ich hätte nicht genug Spiele für ihn haben können und das Ding wäre auch gewesen, er kann nicht mit Jugendspielern umgehen, wenn er 13 Determination hat, das wäre dann einfach zu wenig gewesen und deshalb habe ich ihn dann verkauft. Rodionov zu Zenit, kleines Talent, welches auch nicht wirklich den Sprung bei mir geschafft hat, wie so viele leider, ich habe mir wirklich immer sehr viele Spiele geholt, ich hatte zeitweise knapp 100 Spieler im Kader, also im Lizenzkader, sprich mit U19 und erste Mannschaft, natürlich davon die Hälfte mindestens verliehen, aber das war dann halt so meine Marsche, um halt auch viel Geld zu machen, aber naja, war nicht anders zu managen, ich hätte gerne U23 gehabt, aber mir wurde die Option leider nie geboten, weshalb ich so händeln musste. So, 2031 oder 3031 eher, was haben wir uns da so geholt, Alain hat man sich da geholt von Santos, 11,5 Millionen, der spielt immer noch bei mir und ist mein, ja, Rotationszähner mit Navistich, Navistich ist noch mal noch ein bisschen besser, aber Alain war auch richtig stark, hab für ihn, vor dieser Saison von City ein Angebot für knapp 40 Millionen bekommen, hab das abgelehnt, was ich ganz lustig fand, Reading möchte wirklich absolut jeden Spieler von mir haben, und zwar weil Ivan Leco da Trainer geworden ist, der vorher bei, ich glaube, NK Istra war, gucken wir mal kurz, Reading, vor allem wir sind halt auch gar nicht so gut in der Liga, immer so im Mittelfeld, ach guck mal, David Wagner mittlerweile, vorher war es Ivan Leco, der dann aber gezündet wurde, vielleicht hören sie jetzt endlich mal auf, einen Spieler zu belästigen, ja Ivan Leco wollte immer, 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 immer die Spieler von mir haben, er war gar nicht bei Istra, aber weil er halt Koate ist, kennt er den kroatischen Markt, aber es war so ekelhaft und Reading wollte wirklich jeden Spieler haben und dann haben sie immer so Witzangebote rausgekauen, ekelhaft, aber ja, Alain, richtig geiler Spieler, aber bei ihm ist es auch so gewesen, dass er geiler aussieht, als er im Endeffekt war, da war viel mehr drinne bei ihm in der Karriere, unter meiner Führung, als im Endeffekt leider rausgekommen ist, die Yorio, die Yorio, sorry, so rum, geholt wegen guter Flügelspieler, aber auch wegen dem Touring, 19 Determination ist gut, aber bei ihm war ich dann auch eigentlich sehr enttäuscht, dass er so schwach ist und so schnell abgebaut hat, er hat die Tore gemacht, er hat die Assist gemacht, ja, ein bisschen zumindest, aber ich habe von ihm deutlich mehr erwartet, weshalb ich ein bisschen enttäuscht war am Ende des Tages immer von ihm, verkauft hatte ich die Spieler für 100 Millionen und zwar Giselle, meinen aktuellen, meinen damaligen Stammkeeper für knapp 20 Millionen zu City, Marin Kazum, ja, der Kazum, mhm, ihr kennt ihn hoffentlich noch, zu Gank, weil er sich bei mir auch nicht so entwickelt hat, wie ich das gerne gehabt hätte, spielt aber noch bei Milan, glaube ich, ja, aber hat sein Marktwert auch nicht so gesteigert, dieses Jahr nur 6 Einsätze und nur 3 Tore dabei gemacht, bei Gank sah das schon ein bisschen besser aus, aber bei mir, es war irgendwie enttäuschend, es war irgendwie sehr enttäuschend, weil, ja, damalig eigentlich auch sah wie mein allerbester Stürmer, hat er auch früh schon den Rekord geknackt für die meisten Tore in einem Spiel, mit 4 Toren, allerdings im Pokalspiel in der ersten Runde gegen den Viertligisten oder so, da muss man auch erstmal machen, bei Santoro ja richtig gut gespielt und dann habe ich keine guten Angebote bekommen, Gank war das Einzige, habe ihn dann verkauft und die haben ihn dann wiederum für 17,7 verkauft, an Milan, also sogar nicht mal Gewinn gemacht, was echt heftig ist, wir hatten noch verkauft, Gaston Torebock, den hatte ich euch schon gezeigt, Jaim war auch so ein Spieler, wie Kidd eigentlich, der sieht gut aus, aber er zeigt es irgendwie bei mir nicht in der Taktik, er wollte ihn dann gerne haben, 10 Millionen, und das hat sich anscheinend auch nicht so wirklich gelohnt, die Stats sehen nicht so krass aus, aber der Marktwert hat sich immerhin wirklich deutlich erhöht, was an der Premier League natürlich liegt, 27 Millionen da, Nicao war mein Zehner, den habe ich verkauft, für 7 Millionen, nichts großartiges Pena, für 6 Millionen an Leicester verkauft, der auch mal bei mir war, logischerweise, wenn man dann verkauft, ist, Alter, was lauter ich denn für einen Müll, sorry, nee, aber es sind halt viele Spieler dabei, aus denen leider, leider nicht so viel geworden ist, wie ich gerne hätte, habe hier auch mal ein bisschen mehr dann verkauft, als üblich, weil, ja, ich ein bisschen ausmisten wollte, 2031, 2032, meine Europa League Sieg Saison, sah auch relativ human aus, Martin Chabor war mein teuerster Einkauf von Ajax, als ich meine Innenverteidigung ein bisschen umstrukturiert habe und Kim Chil Sung verkauft habe, müsste es gewesen sein, hier übrigens auch der Verkauf von Lucas Vera Borda, ja, Kim Chil Sung habe ich verkauft, für 20,5 Millionen, der lange, lange, lange Zeit mein kompletter Abwehrchef war, aber auch bei ihm ist es dann so gewesen, er ist dann einfach ein bisschen zu alt gewesen und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich nicht mehr weiß, wie das ist beim FM, mit den Regents zumindest, mit dem Wehrdienst in Südkorea, also er ist immer noch nicht nominiert worden, er ist nominiert worden, klingt ein bisschen scheiße, er ist immer noch nicht zum Dienst gerufen worden, aber ich weiß nicht, ich war mir nicht ganz sicher, deswegen dachte ich mir einfach, komm, es gibt so viele Faktoren, die dem zustimmen, dass man ihn verkauft, beziehungsweise ersetzt und deswegen machst du es einfach mal und Martin Chabor, der auch im Champions-League-Finale bei mir, auf dem Platz stand, rechter Innenverteidiger bei mir, hat ihn dann ersetzt und ist ein guter Spieler, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich wusste auch, seine Stats werden wohl nicht mehr hochgehen beim Ungarn und er ist ein guter Spieler, er macht seinen Job auf jeden Fall, kostet nicht so viel, guter Junge, sonst Wasilewski, sehr interessanter Innenverteidiger, gut, alle Werte gehen runter, aber aus ihm wird auch ein richtig geiler Innenverteidiger irgendwann werden, geile Werte, saujung, 19 Jahre alt und Stammspieler eigentlich bei mir in der Liga zumindest, also im Rotationsteam Walter Roncato geholt, weil er auf beiden Seiten spielen kann, guter Außenverteidiger, der auch noch viel vor sich hat, hat auch ein paar Spiele gemacht, als meine Außenverteidiger ein bisschen kaputt waren, hat mir auch schon ein paar gute Spiele gezeigt, also hier schaut euch mal die Champions-League-Leistung an, 9,0, also das ist nicht schlecht, was der Roncato gezeigt hat, sonst waren hier nicht so geile Spieler dabei, bisher die in der ersten Elf zumindest gespielt haben, auch wenn jetzt hier ein Patrizio Pepe zum Beispiel 5 Millionen gekostet hat, mehr als ein paar Spiele ist momentan noch nicht drin gewesen, verkauft haben wir dann noch Landa Garcia, das war eine lustige Story, das glaubt ihr halt eigentlich nicht, weil Landa Garcia war bei mir absoluter Backup-Spieler, also der war wirklich nie vor Calderon, 9 Spiele hier, 17, 12 und 19 hier, und es gab nicht so gute Angebote für ihn eigentlich, ich hab ihn auch schon so eigentlich fast verkauft für knapp 6 Millionen an irgendeinen Verein, aber dann kam Istra und irgendwie waren die komplett durch, die haben 12 Millionen geboten, ich dachte mir, lol, was seid ihr denn für lustige Leute, dachte mal, okay, bietest du einfach mal hier so 50 Millionen, mal schauen, was sie dazu sagen, und dann haben sie auf einmal auf 29 erhöht, dachte ich mir, was, was ist falsch mit euch, der Typ hat einen Marktwert von 4 Millionen oder so, ich hätte ein anderes Angebot für 6 Millionen angenommen oder so und die bieten und bieten, hab's dann auch 32 Millionen hochgehandelt und ich war komplett perplex und dann ist Landa Garcia dahin und es spielt einfach scheiße, so wie bei mir halt, in beiden Saisons halt, wird halt sogar, glaube ich, Kapitän bei denen, hat sich auch viel verletzt, auch bei mir schon und er kostet einfach wirklich 32 Millionen, warum kann sich Istra das leisten, aber das war dann halt auch sinnbildlich mit dem kompletten Verfall von NK Istra, so krass, schaut euch die Werte an, das sind halt keine Werte für einen 32 Millionen Spieler, dass er immer noch einen Marktwert von 12 Millionen hat, liegt wirklich nur daran, dass er halt so viel gekostet hat, so heftig, also ich verstehe diese Story immer noch nicht, was NK Istra sich dabei gedacht hat, unfassbar eigentlich, Sandor Tepcic war ein guter Spieler, der leider auch hier, wie viele leider nie, den Sprung geschafft hat, der war bei Taranto echt gut, in der CRDB, auch bei Ingolstadt weiterhin, aber dann kamen die Angebote nicht so wirklich, also kaum von europäischen Vereinen, Sporting Kansas City hat dann gesagt, ja komm, holen wir uns mal und irgendwann ist er da ansatzweise gut, der Rest war, glaube ich, nicht nennenswert, Javarsi, lustigerweise war beim HSV gewesen, habe ihn da hinverliehen, war immer eigentlich die gleiche Saison, ein paar Törchen, ein paar Vorlagen, aber nie der Riesendurchbruch, trotzdem immer noch Gewinn gemacht, war gut. die letzten Transfers in der Champions-League-Sieg-Saison, sah dann so aus, ich habe mir für die Startelf, für das erste Team sozusagen, eigentlich nur Nick Plomper geholt, und dann fragt ihr euch, was will der denn mit diesem Spieler, das lag darin, dass mein altgedienter Riesenkeeper, Alen Sadej Tocic, ihr werdet euch noch erinnern hoffentlich, seine Karriere beendet hat, und ich keine zwei, ich kann ihn leider nicht mal anklicken, keine zwei Jungkeeper haben wollte, also dachte ich mir, okay, holst dir einfach irgendeinen Kackkeeper, mit einer guten Persönlichkeit und guter Determination, wenn es geht mit guter, mit guten mentalen Werten, hat mir dann Nick Plomper geholt, für 100.000, und er hat sogar Spiele gemacht, weil sich Oma Diop in dieser Saison noch verletzt hat, hat acht Gegentore sogar bekommen, aber so schlecht war er gar nicht, und ja, das war dann ein einziger Transfer, der wirklich in der ersten Mannschaft stattgefunden hat, beim Rest, Christian Vignate, das ist ein sehr interessanter Spieler, 19 Jahre alt, auch gerade erst 19 geworden, und so viel Talent, ich hoffe, dass er bei Schibenik genug gelernt hat, und dann halt noch ein bisschen geiler wird, in Zukunft, auch wenn ich jetzt hier natürlich nicht, weil ich weitermache wahrscheinlich, verkauft habe ich für 159 Millionen, ja, ja, sehr, sehr viel, zumal Taranto viel haben wollte, mein Partnerfeind, der dann endlich mal in die CDA aufgestiegen ist, wollte G. Ancel haben, der auch komplett überteuert war eigentlich, also alle Spieler, die ich verkauft habe, sind jetzt mittlerweile eigentlich überteuert gewesen, sagen wir viele, die halt auch schon über 24 sind, eigentlich sind alle überteuert gewesen, weil die dann meistens kein Entwicklungspotenzial mehr haben, und ja, ich lache mir dann ins Fäustchen, wenn ich dann halt viel Geld bekomme, der Markt wird natürlich aufgrund der Liga dann meistens auch groß, das gleiche übrigens auch bei Philipp Simic, was ich gar nicht verstehen kann, 16 Millionen hat Taranto den, wollte Taranto den haben, oder halt hat den geholt dafür sogar, und schaut euch die Sets an, das sind halt keine 16 Millionen Euro Werte, auch wenn er ganz gut getroffen hat, aber boah, schon krass irgendwie, auch Adolfo Lobo für 15 Millionen, das war dann eher so ein Spieler, da hätte ich gerne mehr bekommen, ihr seht es ja auch bei dem Marktwert, 46 Millionen hat er mittlerweile, und war sehr oft verliehen, hat bei mir eigentlich nicht ein Spiel gemacht, und hat eigentlich auch gut getroffen, gerade bei Taranto, auch in der ersten Liga schon, und Watford hat sich ihm dann gegönnt für 15 Millionen, weil ich auch kein besseres Angebot bekommen habe, und ich wollte ihn nicht wieder verleihen, weil ich dann den Vertrag hätte verlängern müssen, und jetzt ist er halt 46 Millionen wert, Alain Zanabria, Redding, das war dann der einzige, den ich an Redding abgegeben habe, weil ich ihn auch nicht mehr verwenden konnte, 32 Millionen, sein Marktwert ist jetzt 44 Millionen, war aber auch keine gute Saison, also, wirklich, wenn die Spieler über 24 sind, dann kriege ich halt gute Preise, aber darunter leider nicht so, obwohl die Spieler mit richtig viel Talent noch sind, wie bei Adolfo Lobo zum Beispiel, Gisela, Gisela, mein kleiner deutscher Sechser, ist mittlerweile bei West Ham United, hat 10 Millionen gekostet bei West Ham, keine gute Saison eigentlich, 6,5,5 ist schlecht, aber ich glaube, aus ihm könnte auch ein geiler Spieler werden, weil die Werte sind weiterhin gut, es ist halt ein bisschen blöd, wenn du als Sechser wirklich so unfassbar klein bist, aber ist ein cooler Spieler irgendwie, ich mag ihn, so, der Rest ist glaube ich nicht so relevant gewesen, Johan Ramiz war noch ein interessanter Spieler, der jetzt bei Anderlecht ist, den hatte ich an United mal kurz, zum Probetraining geschickt, weil er unbedingt wollte, hat dann sogar ein Angebot von United bekommen, das sehen wir jetzt hier leider nicht, das sehen wir nur hier unten rechts, aber er hat sich dann nicht so entwickelt, wie ich gehofft habe, bei Talento halt viele Assists wieder gemacht, auch in der ersten Liga, aber dann kam auch hier wieder kein gutes Angebot rein und für 6 Millionen nur knapp an Anderlecht verkauft, das ist immer ein bisschen schade gewesen, weil ich wollte nicht ungern, dass die Spieler wirklich bis zum 24. oder 25. Lebensjahr bei mir unter Vertrag stehen und ich einfach nur weiterhin verleihen muss, aber ich dachte mir, gut, komm, ich habe jetzt eh genug Geld, ist doch eigentlich wurscht, verkaufst du halt ein bisschen und gut ist, aber trotzdem ein bisschen schade war es schon, so, ich glaube, der Rest war nicht so unfassbar krass von den Werten her, sonst hätte ich die auch nicht verkauft, Gustavo war noch ganz gut, ich glaube, den habe ich euch auch schon am Anfang gezeigt, schauen wir uns mal mein aktuelles Team an, mit dem ich halt die Champions League gewonnen habe, meine Stammelf war diese hier im Champions League Finale, also Philippa Andersson hatte Quatsch, nee, sorry, das ist nicht die Stammelf, die Startelf gewesen vom Champions League Finale, das war im Pokal, weil der Pokal, der war nach der Champions League, was echt sehr komisch war, weshalb ich auch so gezittert habe, weil es 0-0 war und welches dann erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, das hier war meine Startelf in der Champions League, das waren eigentlich meine allerbesten Spieler, bis auf, ähm, nee, waren wirklich alle da, die hätten spielen müssen, die Marktwerte leider nicht so cool, weil die Reputation der Liga nicht gut ist, sonst wären das hier wahrscheinlich überall gefühlt mindestens plus 200%, also da wären schon saukrasse Werte dabei, vor allem die gehen mal hoch, mal runter, da wo man her zum Beispiel, mein eigentlich bester Spieler sieht mittlerweile so aus, den hattet ihr, glaube ich, als letzten Spieler, in dem ersten Part des Specials gesehen, unfassbar guter Spieler geworden, was ein geiler Typ, vor allem schaut euch mal die Quote an, in der Liga allein, wo er halt auch oft geschont wird oder nur als Joker reinkommt, weil er halt in der Champions League, wenn er die Tore macht, da hat er auch halt elf Tore gemacht in 13 Spielen, fünf Vorlagen dazu, was ein unfassbarer Spieler, also wirklich, es gibt selten einen Spieler, der besser war für mich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Taktik aktuell, mit Davo Maher vorne, aus diesem Jahr, und Tobias Schröck aus dem Hansa Rostock Let's Play letztes Jahr, ich würde wahrscheinlich fünf Tore pro Spiel machen, pro Halbzeit, pro Halbzeit halt, unfassbar, wie geil ein Stürmer sein kann, er ist halt 22, aber er wird halt Messi, vielleicht nicht Messi, weil er halt 1,90 ist, aber er wird halt Ronaldo wahrscheinlich, was ein genialer Spieler, so unfassbar geil, wirklich, ich glaube gar nicht, wie geil ich den Typen finde, auch so hier, 38 Tore in 38 Spielen dieses Jahr, 39 Tore in 35 Spielen, 23 Tore in 26 Spielen, und dann hier seine erste richtige Profi-Saison waren 17 Tore in 31 Spielen, vorher halt auch schon viele Tore gemacht, was ein genialer Scheiß-Typ, ne, unfassbar, und dann nur 17 Millionen Marktwert, wenn er zu Raya Madrid geht, dann hat er locker 80 Millionen Marktwert, unfassbar dieser Spieler, unfassbar, dass der Marktwert halt auch so niedrig ist, das stört mich halt ein bisschen sehr eigentlich, weil, ja, ich wüsste schon gerne, wie groß der Marktwert von meinem Spieler halt wäre, wenn er halt in der Top-5-Liga spielen würde, aber das werde ich halt leider nicht rausfinden, außer ich werde ihn halt verkaufen, oder dann zu einem neuen Verein transferieren, und das möchte ich dann halt einfach nicht, wenn da war noch so Medina, den hatten wir eben schon gesehen, ist ein guter Spieler eigentlich, aber, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie bessere Alternativen, und das ist natürlich schön, wenn man das so sagen kann, dass man bessere Alternativen hat, aber die mentalen Werte sind halt krass, für einen 23-Jährigen halt, ist schon nice. Mire war ein Spieler, der immer eigentlich ein Backup war, auch wenn er 124 Spiele für mich gemacht hat, gut, sind auch sieben Jahre, also so viel ist es dann doch nicht, aber er war halt immer eigentlich ein Backup, aber er hatte halt immer eine gute Persönlichkeit und immer gute Determination, weshalb er halt perfekt reinpasste immer, um Jugendspieler anzuleiten, ähm, ja, sonst spielerisch war er in Ordnung, also wenn er gespielt hat, dann war er meistens solide, und hat keinen Mist gemacht, aber war halt größtenteils dann am Ende vor allem die letzten vier Jahre nur da, um die Jugendspieler anzuleiten, aber er ist ein cooler Junge, also guter Typ, auf jeden Fall. Antonio Nevisdic, ja, war mein Tony Cactas Nachfolger und ist er immer noch, hat sich auch verbessert, das Problem bei ihm war einfach nur, dass hier übrigens immer noch die Statistik leider kaputt ist, die wird auch leider nie wieder ganz gehen, dass er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wenn ich ja hier im Training kurz vor Ende der Saison mal, das hat halt richtig weh getan und man hat richtig gemerkt, wie das Nevisdic wirklich zurückgeworfen hat in seiner Entwicklung, er hat gute Werte, ganz klar, also das sind Werte für einen Weltklassespieler, ganz klar, aber ich bin mir sehr sicher, dass er noch viel, viel besser hätte werden können, hätte er diesen Kreuzbandriss nicht gehabt, also das hat wirklich sehr viel kaputt gemacht bei ihm leider, was sehr schade war und man muss auch sagen, so geil war er dann auch die letzten zwei Saisons nicht mehr, plus halt die Zeit mit seinem Kreuzbandriss, also seitdem ist er irgendwie leider nicht mehr so viel geil gewesen, die Werte sind super, aber ihr seht ja auch die Statistiken, so geil ist das wirklich nicht, gerade Champions League und Super Cup, eine Vorlage nur in zwölf Champions League spielen, das ist eigentlich zu wenig, vor allem für einen Spieler, der in einer sehr offensiven Rolle bei mir spielt, das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem ein cooler Typ, alle sind coole Typen bei mir in der Mannschaft, sie haben die Champions League gewonnen, also man kann nur ein cooler Typ sein dann, Nick Plomper hatten wir schon gesehen, dann Mamed Rigo auch schon gesehen, Ronkato hatten wir ebenfalls, glaube ich, schon gesehen, ja, glaube ich schon, dass wir ihn gerade gesehen haben, Schabor genauso, Vinicius, ja, bei ihm war halt wirklich das Problem, dass er sehr verletzungsanfällig war, hätte so ein richtig starker Rechtsverteidiger werden können, also ist er auch, er ist ein richtig starker Rechtsverteidiger, hat er Angebote von United bekommen, aber einmal mit Rigo kommt er wirklich nie vorbei, Vasilevski hat er, glaube ich, auch gesehen, aus dem wird halt ein richtig geiler Innenverteidiger, wie viel habe ich den gekauft? 2,5, hat sich jetzt schon gelohnt. Dann Yun, Jung, Yin, ja, das war ein bisschen komisch, die Story mit ihm, weil ich eigentlich immer einen Partner gesucht habe oder ein Backup für Bumnic, weil der immer vorne dabei war mit den Scorer Points, egal wie schlecht seine Werte mittlerweile geworden sind im Vergleich zu allen anderen, das werden wir gleich nochmal sehen und wie weit die Sterne beim aktuellen und bei der Potenzialfähigkeit runtergegangen sind. Aber es hat nie einer mehr als eine Saison geliefert, das war immer so scheiße, ich hatte halt viele Stürmer, unter anderem ja auch Daniel Boches, den ich für knapp, wie viel waren es jetzt, ich glaube, es waren sogar knapp 100 Millionen, oder? Ne, irgendwie ist, ich weiß, warum, wir gucken noch einfach nach, ne, ist doch ganz einfach, spielt immer noch bei City, es waren 59 Millionen und ich habe ja immer noch die 50%-Klausel, macht sich auch sehr gut, bin ich stolz drauf, dass ich so einen geilen Spieler hervorgebracht habe, weil den habe ich ja nur durch Scouten gefunden, 3-8 war ein Risiko, aber es hat sich halt komplett ausgezahlt, also es hat halt nie wirklich jemand eine Saison lang geliefert und auch bei Jung Jin war das halt eigentlich auch ziemlich schwer, er hat am Anfang nicht schlecht gespielt, hier in seiner zweiten Saison, 27-28 hat er sich einmal richtig verletzt und ist dann rausgeflogen, weil ich brauche einen Spieler, der konstant da ist und nicht Finde-Problem hat, dann zu Akhmat mal verliehen, war gut, aber nicht so überzeugend, dann zu Ajax verliehen, war auch gut und dann habe ich ihm mal eine Chance gegeben, war gut, ging besser, aber war gut und dann hat er richtig losgelegt, weil er dann auch international getroffen hat, also dieses Jahr 27 Tore in 33 Spielen, 1 Elfmeter nur dabei, super Typ und halt 15 Assists, das ist schon sehr gut und da habe ich dann endlich mal einen guten Partner gefunden, man muss natürlich auch sagen, die anderen hatten dann das ein bisschen schwerer, weil ich da auch nur 4-2-3-1 gespielt habe, wenn ich jetzt Doppelsturm spiele, ist es klar, dass die Stürmer ein bisschen mehr Assists zum Beispiel haben, von daher ist es vielleicht ein bisschen fies gegenüber anderen gewesen, aber Jun ist ein Superspieler, der sich teils kurz sogar vor Maher geschubst hat in dieser Saison, aber bei Maher ist es halt so, er ist dann doch ein bisschen kompletter, gerade was so die Kopfballstärke angeht, auch wenn Jun halt wirklich 18 Heading hat, nur die Sprungkraft ist halt nicht so gut, aber trotzdem geiler Spieler. Ich wollte ihn am Anfang übrigens zu einem Rechts- oder Linksaußen umtrainieren lassen, aber ich glaube, da hat er sich dann ein bisschen geweigert, weil er hatte hier noch das schöne Trade eigentlich, aber ne, war dann sinnlos, ist glaube ich auch mein Topverdiener mit 80.000, gucken wir gleich mal. Dann Alain hatten wir auch schon gesehen, schade, dass er auch ein bisschen abgetaucht ist, aber der würde auch noch kommen, definitiv. Valsunay hatten wir glaube ich auch gerade schon gesehen, als wir den gekauft haben, 2.500 oder so waren das, ne? Äh, 4 sogar, okay. Da hat, äh, Palmeiras ist das, ne? Ja, aber einen ordentlichen Gewinn gemacht, 600.000, obwohl er nicht ein Spiel gemacht hat, GG, aber bei meinen Spielern merkt man das irgendwie schon, die haben wirklich eine geile Physis und gute mentale Werte. ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein paar Spieler wirklich richtig gut entwickelt habe. Nihat Avdic, einer der Spieler, die schon seit Ewigkeiten bei mir sind, ihr seht es ja rechts unten, 11 Jahre sind es jetzt, die er bei mir ist, 209 Ligaspiele gemacht, 53 Tore, das ist halt ein richtig geiler Typ, ne? ich weiß, er ist halt, er ist jetzt halt wirklich nicht mehr der Spieler, der in jedem Spiel spielen kann, auch in der Liga wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr der Beste, ist ja auch schon 32, aber der Typ ist halt so geil, weil, auch wenn er nicht die beste Persönlichkeit hat, also Spirited finde ich nicht perfekt, aber geht schon, und auch nicht die beste Determination, weil da habe ich ja einige, die über 18 und 19 haben, er ist einfach immer da gewesen und deswegen dachte ich mir, ja, komm, warum, wenn er nicht Bock auf was anderes hat, dann gib ihm halt einen neuen Vertrag, weil viel kostet er nicht mit seinen 6.000 und das ist halt ein Spieler, der von Anfang an dabei war, der auch schon richtig geile Saisons hat, eben mit teils halt 14 Assists und so und ja, hast du nicht oft so einen Spieler, der schon Ewigkeiten und zwölf Jahre halt bei dir ist und er hat halt auch viele Spiele gemacht, also ihr seht es ja unten immer hier bei der ersten Zahl hier unten, das waren schon ordentlich, gerade am Anfang natürlich, dann wurde es ein bisschen weniger, viele Einwechselzeiten dann bekommen, aber immer noch genug, also auf seine 10 Einsätze kommt er meistens schon, hier war er verletzt glaube ich und hier hat er dann nochmal 10 gemacht mindestens, also kann sich nicht beschweren und das tut er auch nicht und deshalb mag ich ihn, Blas hatten wir auch schon gesehen, Budjav glaube ich auch gerade, ja, da hatten wir gesagt, dass er nicht so geiles Finishing hat und dass er sich gar nicht mal einen Klops geleistet hat und dann Ante Bugnic wäre halt für jeden durchschnittlichen Verein immer noch ein geiler Spieler, ne, von den Werten her, aber bei mir ist er halt hinter zwei Weltklasse-Stürmern mittlerweile und da kann er leider nicht mehr mithalten. 29 Jahre war halt seine ganze Karriere lang bei mir unfassbar, das ist halt richtig, richtig krass. 14, ja, gut, nicht ganz, weil hier 2019 steht, aber bei 14 passt dann eigentlich schon, so ungefähr zumindestens. 297 Ligaspiele, 181 Tore und 63 Vorlagen, wenn man jetzt ein bisschen durchguckt, weil hier sind ja leider immer noch die Ligaspiele dabei, dann sind es halt wahrscheinlich locker 350 Spiele, das macht gar keinen Sinn, sagen wir mal, so locker 410 Spiele, oder, mal kurz gucken, also ich kann jetzt nicht das alles schnell durchrechnen, ne, aber hier gucken wir nach den ersten drei sind wir ja schon bei 100, 130 ungefähr, ja, das kommt wahrscheinlich locker hin und hat halt wirklich auch immer seinen Tor gemacht, klar, jetzt so Champions League Europa League mäßig, da kann er dann leider nicht mehr so mithalten, aber wenn ich ihn brauche, dann weiß ich halt einfach, dass ich mich auf ihn verlassen kann und er hat halt auch immer eine gute Durchschnittswertung bis auf diese Saison hier, ne, das ist halt super geiler Typ halt, auch Ewigkeiten bei mir und sowas ist halt auch schön, weißt du, es ist nicht immer nur, ähm, halt mit einem kleinen Verein die Champions League zu gewinnen oder sowas, es ist halt auch einfach mal Spieler haben und behalten, die du dann halt die ganze Zeit behältst und ein bisschen ins Herz schließt, ne, Ante, lade ich mal zu Weihnachten, zum Essen ein, ne, und dann geht's ab, Calderon, ich weiß nicht, hatten wir den gerade gesehen, ich glaube nicht, hatte für ihn auch ein Angebot bekommen, ich glaube, es war von Barca, es waren ungefähr 40 Millionen mal, aber bei ihm war es halt klar, einfach behalten, weil er einfach perfekt in mein System reinpasst und zu dem Ersatz zu finden, ist dann halt immer teuer und vor allem bei Außenverteidigern finde ich immer sehr schwer, weil Außenverteidiger kriegst du vor allem mit einer schlechten Reputation meistens nur so schlechte Spieler, die ja auch ein Innenverteidiger sind, oder halt Spieler, die nicht komplett sind und wenn du komplette Flügelverteidiger spielen lässt, dann solltest du schon relativ komplette Spieler bekommen und auch Calderon ist halt nicht perfekt, also schau dir das mal an, er hat halt bei Flanken nur 10, Dribbling 11, das ist halt nicht Weltklasse, aber spielt halt super und vor allem hat er halt mit seinen 4 Finishing dieses wunderschöne 2 zu 0 im Champions League Finale gemacht, von daher ist es mir dann auch wurscht, ich brauche keinen anderen, ich habe Calderon, hatte übrigens mit Kolumbien bei der WM 2022, Quatsch, das ist viel zu früh, was haben wir denn, 26, dann 30, müsste 30 gewesen sein, bei der WM 2030, mit Kolumbien im Finale gestanden, hat er es leider verloren, aber hat in diesem Finale von Anfang an gespielt und im Halbfinale hat er sein allererstes Tor gemacht in seiner Karriere, Quatsch, sorry, für Kolumbien und kurz danach hat er glaube ich das allererste Tor für mich gemacht, weil bei Millionarios hat er schon ein Törchen gemacht, ja hier müsste es ungefähr gewesen sein bei der 30er WM und danach hat er auf einmal angefangen für mich Tore zu schießen mit seinen 4 Finishing, was aber halt auch an der Taktik liegt, also ich glaube so 2029, 30 habe ich den Cut gemacht, dass ich auf die Fünferkette gehe und da sind die Außenverteidiger halt ziemlich weit vorne, aber die Taktik klappt super, also ich übernehme jetzt bald halt hier den Verein um die Ecke habe ich gehört und werde dann das System da schön adaptieren und werde dann sagen, Jungs, wir werden jetzt auch bald Champions League Sieger, also es dauert zwar noch ein bisschen, aber wir machen das dann und so 2033 so, dann werdet ihr mich im Champions League Finale sehen mit der Taktik und ihr werdet dann wissen, ah, jetzt wissen wir, was kommt, 3-1-Sieg und Calderon macht das Tor als Linksverteidiger mit seinen 4-Finishing damit ihr das wisst mittlerweile wahrscheinlich sind dann 14 Spieler erlaubt oder so auf dem Feld aber ich werde trotzdem mit 5-2-3 spielen auf jeden Fall Calderon super Typ ne genialer Typ was haben wir noch Carlos Antonio so ne schwierige Story bei ihm gewesen hatte sehr viel Potential ist übrigens mittlerweile auch Kroate geholt natürlich aus Brasilien war ein riesiges Talent und hatte auch bis zu seinem 23. Lebensjahr noch 5-Stände Potential aber er hat es halt nie ausgenutzt er war solide er war gut er hat seine Chancen mal genutzt mal nicht genutzt aber er ist nie wirklich an den großen Innenverteidigern vorbeigekommen wie halt Kim Chil-Sung oder halt jetzt Schabor oder Kares das war ein bisschen enttäuschend weil er dann halt nie so gut gespielt hat wie die anderen und jetzt ist er halt weiterhin nur der reine Backup aber dafür macht er seine Sache halt ordentlich und es gibt bestimmt auch schlechtere Backups die Iorio ja habe ich schon gesagt war leider ein bisschen enttäuschend obwohl er halt richtig gute Werte hat vor allem für das Geld war er halt enttäuschend 22,5 geht besser geht deutlich besser Oma Diop hatten wir gesehen Philippa Andersson glaube ich auch oder ich glaube schon dass ich gesagt habe dass er auch jetzt so langsam am kommen ist und dann mein ja mein Regen Sohn den ich ja so lange gesucht habe und Ewigkeiten neu geladen habe 19 Jahre ist er mittlerweile als hat 15 Spiele in der Liga gemacht diese Saison nix in der Champions League insgesamt schon 45 Ligaspiele gemacht und bei ihm ist es halt so dass es langsam schwer wird ihn einzubauen weil er ist noch nicht auf dem Level für einen guten für einen guten Backup Verteidiger in der Liga beziehungsweise in dem kompletten Kader in der Liga kann er locker spielen ganz klar aber da hast du dann halt auch einen Wasilewski der dann halt fünf Städte Potenzial hat und auch erst 19 ist und jetzt schon bessere Wert hat dann möchtest du eigentlich lieber ihn spielen lassen aber es ist halt immer noch dein Sohn aber er hat auch schon was erreicht er hat halt die Olympischen Spiele gewonnen mit der deutschen Auswahl 2032 also auch schon mal was nur ein bisschen enttäuscht bin ich ich wollte ihm jetzt natürlich nicht 190 Potenzial oder so im Ingame Editor geben aber naja ich weiß nicht ich hätte mir gewünscht er wird halt ein bisschen geiler auch wenn er halt super Werte trotzdem hat also es reicht locker für ein Mittelklasse Klub in der Bundesliga zum Beispiel HSV ist in meinem Safe jetzt hier dieses Jahr leider auch abgestiegen also vielleicht kann er da hin wäre doch nice aber sonst ist ein cooler Typ also macht Papa schon stolz dann Kares eben noch von ihm geredet dachte ich auch dass ich ihn wie Kim Chil Sung eigentlich mal ersetzen werde weil er technisch halt nicht so perfekt ist wie die anderen Verteidiger oder wie er es sein könnte sagen muss man so er kann halt linker Außenverteidiger so spielen hat er einmal gespielt und deswegen kann er das jetzt gut anscheinend ja ist ein guter Typ weil er auch relativ leicht damit klarkam dass ich von dieser Viererkette wo er der rechte Innenverteidiger glaube ich war auf die Dreierkette umgestiegen ist oder auf die Fünferkette und da hat er kein Problem und deshalb super Typ auch wenn es besser geht hat aber anders als ein paar andere Verteidiger nie so einen großen Klops drin gehabt er spielt einfach konstant auf seinem Niveau das ist nicht Weltklasse aber das ist schon sehr gut und das war dann halt perfekt da kannst du nichts gegen sagen Kitt sehr interessanter Spieler habe ich ja vorhin schon gesagt und da haben wir es hier weiter auch schon angeschaut ich glaube Kitt ist weiterhin der Spieler mit den meisten Toren in einem Spiel nämlich 5 werden wir gleich bei den Rekorden sehen Mayera hatten wir schon gesehen und das war es dann mit den aktuellen Spielern meine 19 da ist natürlich viel an sehr guten talentierten Spielern drin ihr seht es hier wenn ich Weltklasse Spieler habe dann heißt es bei den 5 Sternen dass die wohl auch Weltklasse werden könnten brauche ich nicht alle durchgehen wenn ihr irgendwie mal Bock habt jetzt einen zu sehen der euch interessiert zum Beispiel ich habe nicht mal alle drin das sind jetzt hier wie viele Spieler 63 ich glaube es sind noch nicht alle drin weil ich habe meine Liveverträge immer bis zum 1. Juni gemacht aber ich glaube ein paar sind ok alle sind drin also falls ihr irgendjemanden sehen möchtet schreibt es ruhig in die Kommentare ich zeige euch da einen Screenshot zum Beispiel hier Rubio weil die haben alle krasse Werte heftig so ein Spieler ich glaube viele mit einem noch nicht so krassen Verein gerade würden sich so einen Spieler nur wünschen weil schaut euch den Typ mal der kann halt alles und er ist halt ein Stürmer und er kann halt alles er ist schnell er ist relativ groß hat dabei solides Jumping und gutes Heading er ist gut am Ball er kann passen er kann Longshots er kann dribbeln das ist halt der perfekte Stürmer und er ist für mich nicht gut genug für die erste Elf und ich glaube es gibt sehr sehr viele Spieler die den so einen Spieler halt mit Kusshand nehmen würden weil der Typ ist halt einfach nur richtig richtig stark und er hat halt sehr viele Tore gemacht in der Juf League bei uns oder halt in der Junior League Juf League auch Juf League übrigens habe ich ich glaube zweimal gewonnen 30 31 ach dreimal sogar sorry 30 31 und 32 33 also auch dieses Jahr ich habe gefühlt alles gewonnen dieses Jahr also ich war halt King der Kings ne und dann halt 25 26 ich habe halt so eine krasse Jugend aber wenn du halt viel Geld hast kannst dir einfach jedes Talent kaufen und gut ist und wenn die halt dann nicht liefern sortierst du dir einfach aus nachdem du die verliehen hast und kriegst halt trotzdem Geld also wenn ihr irgendjemand hier sehen möchtet dann schreibt es ruhig in die Kommentare ich mache euch dann ein Screenshot weil es sind einige sehr interessante ich weiß gar nicht ob es irgendeinen gibt der am interessantesten ist ich überlege gerade so ein bisschen im Hinterkopf ob das ist jetzt einfach zu geil gewesen ich hatte den Safe ein bisschen weiter gespielt und bin zum HSV gewechselt dachte mir okay komm bringst den HSV jetzt noch auf die Stufe die du dir halt wünschst für einen HSV aber irgendwie hat es dann es hat nicht gefunkt weil ich einfach zu viel erlebt habe mit HSK Split hier und ich dachte mir einfach das Ding ist jetzt in meinem Herzen drin und das ist halt der HSK Split Save da war ich jetzt hier fast meine ganze Karriere ich war nur einmal halt für ein Jahr bei Nkazada und ich glaube den werde ich gar nicht weiterspielen also könnte man noch nach gucken oder ich habe hier wirklich vermieden irgendwie ansatzweise irgendwas mit Cheating zu machen das einzige was ich wirklich immer gemacht habe war dass ich die Line anpasse im Sinne von der Laufzeit das ist für mich kein Cheating wenn ich einfach sage dass die immer am 1. Juni enden sollen wenn ich vorher schon ausgehandelt habe von daher war das für mich kein Problem aber sonst habe ich nie shit gemacht ich glaube wir machen das einfach mal oder kann man hier hidden 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 nein dann machen wir das einfach mal in so nehmen wir einfach mal das hier damit es nicht auffällt machen wir das wirklich ja ich meine was habe ich werde eh nicht mehr weiterspielen also machen wir das Potenzial mal und da gucke ich mal was wir so geholt haben holy shit 188 hier sogar alter 188 nochmal okay aber 55 okay ich hab holy fucking shit das würden halt nur Götter werden okay ich habe einige die richtig hätten saugeil werden na jung min holy shit der wäre halt auch der gott geworden interessant sehr interessant holy shit hätte ich nicht erwartet beim ersten team möchte ich das aber nicht machen das ist wieder ein bisschen zu blöd weil weiß ich nicht kann ich nicht erklären wirklich nicht das ist irgendwie so eine kleine Blockade gerade in mir drin die das nicht haben möchte nicht sehen möchte bei den jugend spielern die noch nicht zum einsatz kommen sind es ist so in ordnung holy shit serrano und welder haben halt schon 162 current ability und sie kommen bei mir halt einfach nicht zum einsatz holy shit ja bei serrano war es so er wurde halt verliehen an taranto vorher an sporting aber bei mir irgendwie nicht drin weil der den hätte ich jetzt eingeplant für ding hier das geht ja einfach nicht bei mir mit der kadertiefe es gab jetzt halt die letzten tage einen patch aber es geht halt weiterhin nicht es wird einfach immer zurück gesetzt ich finde das so scheiße aber es wird wohl auch vorm fm19 nichts mehr werden leider sehr ärgerlich weil das diese EA Level ist man einfach nicht von Sports Interactive gewöhnt er hat gespielt für weiß krass ne weil 162 188 den hast du halt nicht jeden tag und er spielt halt in meiner fucking U19 beziehungsweise er wird halt nur verliehen weil er bei mir keinen Einsatz bekommt das ist schon krass aber das machen wir jetzt mal wieder weg weil das ist eklig das möchte ich auch nie wieder sehen aber für was könnte ich noch zeigen die anderen liegen oder erstmal eine Rekorde das ist glaube ich erstmal ein bisschen interessanter das hatten wir alle schon gesehen mein Stadion 3.000 immer noch ziemlich wenig leider bin auch weiterhin eine Legende genauso wie Nihat Avdic hat sich hier irgendjemand auskristallisiert nein meine Facilities immer noch alles super 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 und mein Club ja also das stimmt das wollte ich sagen ich finde es lustig wie wir halt immer den Supercup bekommen haben obwohl ich da halt nicht mehr dran teilgenommen habe einfach nur weil ich Liga und Pokal gewonnen habe in dieser Saison also habe ich einfach den Supercup viel öfter gewonnen als den Pokal an sich das ja also mein Trophäenschrank ist sehr voll sagen wir es mal so aber bis auf die dritte Liga hier habe ich halt alles selbst gewonnen das finde ich schon echt geil also Champions League Neu Europa League alleine ist ja schon richtig krass aber halt zehn Titel davon neun in Folge sieben Pokale dann halt einmal die zweite Liga und dann halt neunmal den Supercup geschenkt bekommen ich glaube zweimal oder dreimal habe ich den richtig gewonnen saukrass die meisten Tore in einer Saison für mich in der Liga hat übrigens Borges immer noch gemacht 25 das liegt aber auch daran dass ich halt immer rotiert habe aufgrund der internationalen Spiele die meisten Clean Cheats hat immer noch Zoran Chuzel der mittlerweile bei Saloniki spielt dem hat der City Wechsel überhaupt nicht gut getan der wurde auch direkt verliehen an Palermo also es hat sich wirklich nicht gelohnt keine Ahnung warum City gekauft hat aber ja passt schon ich habe ja ein bisschen Geld bekommen hat die meisten Clean Cheats halt mit 24 davor müsste es allen Czajacic gewesen sein sonst ja ein paar Mal hier was gewonnen ne Landmarks dürfte nicht so interessant sein meine insgesamte Statistik ist halt schon gut würde ich sagen 4.990 Tage Alter krass eigentlich müsste ich noch die 10 Tage bleiben um die 5.000 voll zu machen 13 Jahre 249 Tage sind das krass 65% gewonnen 448 Spiele sind das und 120 120 bei unentschieden und verloren nice sehr nice gucken wir uns das hier mal an also meine Rekorde die höchste Liga das ist hier ein bisschen doof also sieht scheiße aus weil man halt den Verein nur gut gemacht hat die wenigsten Punkte in einer Saison sind halt 54 das ist halt ein bisschen sehr gut stellt euch mal vor euer Verein würde als Mindestpunktzahl in der ganzen Historie nur 54 Punkte haben das ist halt in Deutschland eigentlich immer ein Euroleague Platz oder ich glaube dieses Jahr wäre es sogar Champions League gewesen oder ich weiß nicht ich hatte das aber irgendwo gelesen die letzten paar Wochen der Saison oder halt danach dass der Punkteschnitt von Christian Titz halt ungefähr nach also aufgerichtet auf 34 Spiele was natürlich Schwachsinn ist die Statistik ganz klar aber dass hier irgendwie so 52 Punkte wären ich glaube das wäre Champions League gewesen aber naja ist ja egal ist ja leider nicht passiert leider umgekehrt ekelhaft ja die meisten Ligatore da hätte ich gerne auch 100 geschafft hat es aber habe es aber nicht geschafft leider die wenigsten Tore waren dann in der Zweitligasaison 51 34.000 waren die meisten Zuschauer da sind wir umgezogen in das Stadion von Dynamo Zagreb und die meisten Einnahmen ist nicht so wichtig teuerster Transfer war immer noch Lukas Veda Borda die größte Summe die man bekommen hat logischerweise Daniel Buches was macht eigentlich Tony Chak das so ich habe gesehen dass er immer noch bei Barca ist weil ich habe im Finale gegen den gespielt hat Markte von 81 Millionen jetzt den spiele halt den habe ich hervorgebracht ist schon geil schon sehr geil sogar ist einer der Führungsspieler bei Barca und er kommt halt aus meiner Jugend das ist halt echt cool das ist halt richtig nice sogar da kann ich auch gar nicht so böse sein dass halt ein Spieler weg ist von mir weil er einfach bei einem der größten Klubs der Welt ein Führungsspieler ist höchster Sieg waren 10 zu 0 in der ersten Runde des Pokals und in der Liga war es 9-1 ich weiß auch nicht was da los war das war auch nicht ganz so lang her 2027 das 10 zu 0 war 2029 die höchste Niederlage leider auch 2027 also ich hatte sowohl mein höchstes Ligaspiel als auch meine höchste Liga Niederlage in einer Saison nicht mal fast innerhalb von einem Monat sogar auch das ist auch sehr geil die meisten Ligatore insgesamt Arnte Bognic 181 Maher die meisten in einer Saison mit 39 da war bis vor kurzem noch Quatsch sorry da war bis kurzem auch noch Daniel Bocas mit 33 drin aber Maher hat halt über alle Wettbewerbe viel getroffen Bocas in der Liga noch dabei und wahrscheinlich wäre er das noch weiterhin gewesen wenn ich nicht gegangen wäre einfach nur weil ich halt so viel rotiere höchste Durchschnittswertung hatte Nevis 8,17 bei 30 Spielen jüngster Spieler immer noch mein Sohn mit den 15 Jahren einfach reingekommen in den Jufentake und sofort gespielt so wie es sein muss Roman Podoczaska immer noch der Älteste da wird sich auch nicht so viel ändern und es war stimmt Ante Bumnić in einem Ligaspiel war es Jaim und nicht Kit das war der andere Brasilianer aber in einem Pokalspiel stimmt da habe ich Bumnić ran gelassen und dachte mir okay komm brech die Rekorde gönn dir sieben Tore in einem Spiel holy shit alter 10 zu 0 insgesamt und das lustige hier bei diesen 5 Spielen 5 Toren in einem Spiel bei dem 7 zu 0 gegen Ante Katzada in der Liga das war also ich lüge jetzt natürlich aber so ungefähr in der also die Tore waren so ungefähr von Jaimitz alleine in der fünften zwölften fünfzehnten und dreißigsten und dann halt noch mal in der zweiten Halbzeit irgendwie ging das halt zack 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 er hat ganz schnell die ganzen Tore gemacht die vier und war dann schon auf einer Stufe mit Martin Marin Kazum und auch Kidd hatte mal vier Tore glaube ich gemacht in einem Spiel aber dann hat er sich noch eins gegönnt in der zweiten Halbzeit und hatte den alleinigen Rekord die meisten Assists hat Navistage reingepackt in einer Saison mal mit 22 lustigerweise aber nicht diese Saison wo er halt die beste Durchschnittswertung gehabt hat Giselle die meisten Cleancheats hat mal gesehen meiste Man of the Match Awards hat dann aber Navistage geholt in der Saison wo er das höchste Durchschnittsrating gehabt hat die jüngste Torschütze auch jetzt erst geholt 2031 mit 2016 war in der Euro in der Euroleague sein erstes Tor gemacht hat spielt mittlerweile bei Atletico aber auch bei ihm ist es halt so er ist nicht so nächstes Level er hat ein paar schlechte Entscheidungen getroffen der Monaco Transfer war für mich gut weil mit diesen 1-5 konnte ich sehr viel machen aber danach hat es ihm halt ungeschlagen war ich habe es mal versucht aber es hat leider nur einmal geknappt nämlich 2526 das hatten wir aber in der letzten Special Folge schon das war meine Position ich glaube da ist ganz schön viel 1 dabei sonst ist das uninteressant ich glaube Eternance ist auch uninteressant meine höchsten Siege da waren schon ein paar Schützenfeste dabei meine höchsten Niederlagen sind aber interessanter glaube ich da das 0 zu viel gegen Real Madrid das hat so weh getan das war so schlimm ich finde es aber lustig wie wir halt 27 28 die höchste Niederlage aller Zeiten reingeschoben bekommen haben obwohl wir da halt schon ein super Club waren das ist halt so typisch weißt du ich komme neu in die Liga rein gerade mal 0 zu 3 dann 0 zu 4 gut tut schon weh aber ich glaube da bin ich auch schon sehr gut gewesen gewesen und dann bist du halt ein richtig guter Club spielst Champions League machst halt geile Transfers hast geile Spieler und kriegst halt 0 zu 5 auf den Sack so die ganzen Spiele haben wir hier gesehen das 10 0 und so weiter Sequences ist glaube ich auch wurscht weil ich euch ja schon gesagt habe dass es nur einmal der Fall war die meisten Tore Nevis hat 29 30 mal das vollbracht dass er irgendwie mein Stürmer war und alle anderen waren weg anscheinend kurz bevor ich dann halt auf den Doppelsturm gegangen bin sonst seitdem nur da war My Hair weil er einfach ein geiler Typ ist ich habe übrigens auch schon überlegt ein My Hair Trikot zu holen also normalerweise mache ich das nicht ich habe mir einmal in meinem Leben wegen einem Videospiel ein Trikot gekauft das war nach FIFA 12 da habe ich mir ein Jeep RCC Trikot gekauft einfach nur weil ich es so lustig fand und das halt ein sehr interessantes Jahr auch war für mich weil ich halt da mit YouTube angefangen habe und Schimmelkopf damals also Jibril Cissé mit dem Spitznamen Schimmelkopf ich weiß nicht ob sich noch einige daran erinnern können ob die dann so lange schon dabei sind ich meine das ist jetzt auch wieder knapp 6 Jahre her er war halt bei FIFA 12 komplett überport war schnell körperstark hatte gutes Finishing und hat in den wichtigen Spielen die ich hatte einfach immer Tore gemacht und war halt auch immer auf der Bank und da dachte ich mir einfach komm bist du immer so lustig kaufst du hier ein Jeep RCC Trikot weil es eh im Angebot war damals bei Kitback und ja seitdem hängt das bei mir im Schrank hab das nicht einmal angezogen also richtig angezogen aber es hängt einfach im Schrank ist mir auch 15 Nummern zu klein glaube ich aber egal und bei Davomar habe ich mir halt überlegt vielleicht machst du das das Problem ist halt wenn du halt einen Club hast den du rebrandet hast und wo du das Trikot selbst erstellt hast dass das ein bisschen schwer führt aber ich habe schon geguckt ob es so hier so eine Trikot Templates gibt wo man dann einfach sich so einen Sticker aufnähen kann und dann mal schauen ne und dann halt einen Flock kaufen aber gut das gönne ich mir vielleicht zum nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten oder so ist ja noch ein bisschen hin aber mal gucken und sonst Ante Bumnic vorher Bukhes Pisacic ist übrigens MLS angekommen bei New York Red Bulls war ja mein erster großer Stürmer die meisten Assists würden mich noch interessieren die hat gar nicht so oft Nevis Stich gehabt eigentlich nur einmal was ein bisschen verwundert weil er halt auf dieser Zehnerposition spielt aber ich glaube so rein technisch gesehen kommt er gar nicht so oft zum Assist weil er auch sehr oft selbst abschließt oder den Ball halt nochmal verteilt und so habe ich ihn nur einmal drin Mayer war auch mal drin Jun jetzt gewesen davor Senabria als ich ihn verkauft habe die meisten Assists gemacht ich weiß nicht ob es das nur in der Liga ist ich glaube nicht Nervistic aber halt einmal komplett übertrieben mit 22 Clean Sheets Diop hatte 22 kurz leider vor Giusell Sade Czocic ach ich kann ihn doch anklicken er hatte vor kurzem er ist seine Karriere bei Nutt 32 also vor einem Jahr unfassbar guter Spieler nur 260 Einsätze hatte knapp gehabt in der Liga alleine ich glaube mit allen Wettbewerben drum und dran dürften das locker 500 gewesen sein für mich alleine unglaublich geiler Typ sonst Average Rating ist glaube ich wurscht Youngest Player ja viel Rotation halt meistens wenn dann noch jemand verletzt ist einfach backhauen schnellstes Tor da habe ich es nie geschafft hier war es einmal kurz davor gegen CSKA Moskau aber ich habe es nie geschafft den Rekord aus meiner allerersten Saison hier einzustellen mit diesen 14 Sekunden von Ivan Sadec schrecklich sonst es waren schon ein paar sehr sehr schnellte Starter dabei 17 und 19 Sekunden hier aber es hat dann leider nie gereicht schade eigentlich äh oldest gold score ab ja miede vier Jahre hintereinander gewesen weil er halt auf die Elfmeter dann geschossen hat weil er einen guten Elfmeter Wert hat glaube ich Avdic dann dieses Jahr gewesen hier haben wir mal richtig jung gehabt mit 29 aber meine Mannschaft ist generell immer sehr jung und dieses Jahr war es Rubio mit seinen 18 Jahren vorher ein paar 16-Jährige dabei gehabt Gisela war es sogar 2027 28 ach gegen Nicosia war das ok sorry dann war Toulouse in meiner Gruppe danach aber Viglovic mit 16 Jahren und 127 Tagen war damals mein jüngster Torschütze davor war es Ante Bumic der dann ein Jahr später sofort abgelöst wurde Gritsic war kurz davor Slovan Bratislava spielte momentan Rio Yuki da mal Um Sang Yun war auch mal kurz davor aber kam dann noch ein bisschen zu spät und dann Mato Vuku dieses Jahr ja 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 sind schon heftige Sachen meine Transfers meine teuersten da hat sich das auch relativ easy eigentlich bewegt also einmal viel ausgegeben mit Lucas Vedder Borda aber sonst eigentlich immer sehr human ich meine 57 gut 81 Millionen das war schon mal krass dann aber United zum Beispiel will ich gar nicht sehen das hier war übrigens die Einnahmen dann und die sind natürlich krass also 163 dann 131 101 ich habe halt die letzten drei Jahre jeweils immer über 100 Millionen eingenommen das ist halt unfassbar oh holy shit deshalb ist mein Verein halt auch so unfassbar reich weil ich einfach so viel bekommen habe das von meiner teuersten Transfers hier insgesamt halt noch ganz süß hier mit Romic oder Toni Thomas oder hier Izilo Lujic hat schon sehr viel geholfen dann Pisacic dann Oros und dann wurde es immer teurer immer teurer dann hier mal kurz ein bisschen gechillt weil da habe ich ja meinen Kader verwaltet und dann geht es wieder hoch mit Ronan mit Giusele mit Lander Garcia und Sanabu ja 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 gut wir gucken uns nochmal die alten Quatsch die anderen wegen an und dann sind wir durch für jetzt meine insgesamte Statistik könnten wir auch nochmal kurz gucken weil ich ja vorher noch bei NKZ da war aber ich glaube hier ist jetzt auch nichts mehr so viel interessantes drin was wir eben nicht schon gesehen hätten ich habe in diesen 688 Spielen die ich hatte 1564 Tore für mich gesehen 658 gegen mich das ist eine Tordifferenz von 906 schon krass mit allen Spielen zusammen 724 Spiele gehabt Tordifferenz ein bisschen schlechter unfassbar halt unfassbar und ganz schön viele Pokale halt sehr viele Pokale sogar na gut die anderen liegen zeigt mal her wo kommen wir da am schnellsten hin ich glaube ich hatte auf meiner Inbox Seite das genau ach man jetzt ist das mit dem scheiß Playoff hier dann gehen wir es mal einzeln durch Bundesliga habe ich ja leider gerade schon gesagt war diese Saison nicht so schön für den HSV anders als bei mir im Journeyman Safe ist Bayern hier leider komplett dominant also ja das hier gibt es auch nichts großartiges zu erzählen seit 2013 hat Bayern jedes Jahr jedes einzelne Jahr die Liga gewonnen die 3 3 6 7 Jahr holy shit 7 Jahre in Folge 3 aber dann haben sie 31 32 das mal geschafft alter oh das würde ja echt wehtun irgendwie ne holy shit ich mein gut hier waren sie 3 Jahre in Folge 2 aber holy fucking shit aber so die üblichen Verdächtigen halt also keine Ausreißer so wie Leicester oder so einfach wirklich die ganz normalen was haben wir sonst noch so wir haben die Ligue 1 da hat sich das auch immer zwischen Paris und Monaco abgespielt wobei Marseille mal gekommen ist und zwar 29 30 weil sie dann auch die Champions League gewonnen haben das sage ich euch gleich nochmal sonst aber wirklich nur Monaco und Paris aber Marseille hat sich dann irgendwann mal richtig gesteigert also die sind irgendwann mal aufgewacht haben Geld in die Hand genommen und wurden dann richtig geil und Lyon haben wir eben über Arsenal uns verwundert sind Lyon die einfach neun Jahre in Folge dritter geworden sind was ist einfach nur los mit denen das tut doch wirklich weh alter Autsch La Liga da hat Lidko mal ein bisschen mit gemacht wenn auch nur kurz aber hier haben wir auch wieder ein bisschen Abwechslung drin gehabt Real Madrid aber sehr oft dabei gewesen Athletik will auch mal hier auf Platz 2 gewesen nicht schlecht was was macht eigentlich Messi mittlerweile ich weiß dass Ronaldo bei mir Jungtrainer war Leo Messi allerdings hat glaube ich nie einen Job gefunden und hat jetzt auch seine Karriere geblendet der war aber auch lange Assistenzcoach aber hat einfach keinen Job gefunden Christel war kurzzeitig ich weiß nicht ob es noch ist U19 U21 Trainer von Portugal und ist er immer noch seit 24 also fast 10 Jahre Karriere gewendet 2022 ja nicht schlecht die Serie A die möchte ich euch noch zeigen von diesen Top 5 Ligen weil Juve da auch nicht so dominiert hat die haben zwar noch ein paar Mal die Liga gewonnen aber Inter und Milan dachten dann einfach mal ne das wollen wir nicht mehr und haben dann selbst mal das Heft in die Hand genommen und das Ding gewonnen so die Champions League und die Europa League die gucken wir uns auch an und danach ist Schluss wenn ihr irgendwas sehen wollt wie gesagt einfach in die Kommentare schreiben ich zeige euch dann höchstwahrscheinlich ein Screenshot davon so die Champions League natürlich hier mit dem geilsten Siege aller Zeiten ganz oben ne vorher ich hatte ein bisschen Angst so die ersten Jahre dass es zu sehr von England dominiert wird wie es halt leider so auf der Fall ist zum Glück war es die letzten 5 6 Jahre nicht so zuvor aber halt United innerhalb von 6 Jahren 4 Mal gewonnen das war nicht ganz so schön wie Real dann hier mal den Überraschungssieg gelandet obwohl die in der Liga nie so krass waren keine Ahnung wie das passiert ist hat mich auch sehr gewundert und letztes Jahr Bayern davor war es halt wie gesagt Marseille die unglaublich gepusht haben momentan Job frei sogar also die haben da irgendwas richtig gut gemacht Nummer 20 30 davor wurde übrigens Monaco Meister also Champions League Meister also nett 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 aber sonst so die üblichen Kandidaten also wenn Überraschungs wenn eine Überraschungsmannschaft dabei war dann hat sie meistens gewonnen aber der Rest ist dann normal die Euroleague die habe ich ja vorletztes Jahr auf Quatsch letztes Jahr gewonnen dieses Jahr Inter gegen Stuggi übrigens die schon mal gewonnen haben danach Köln nice auch hier United ein paar mal dabei gewesen Sporting mal gegen Nizza gewonnen 24 25 was waren so die Finale Red Bull Arena lol sag mal kann es sein dass die Red Bull Arena auch irgendwie überhaupt nicht benutzt wird größtenteils also klar Leipzig aber wann gab es denn da das letzte Länderspiel wobei ich glaube war das nicht letztens sogar drin ich muss ja sagen ich werde jetzt kurz gehatet ich weiß aber wenn ich mir ein Spiel anschaue in der normalen Kameraperspektive dann sieht die Red Bull Arena ab und zu wirklich so aus wie das Stadion von Eintracht Frankfurt es tut mir sehr leid und mindestens einer boot jetzt wahrscheinlich ganz laut es tut mir wirklich sehr leid aber irgendwann sehe ich da keinen Unterschied mehr und muss dann halt auf so Kleinigkeiten achten ich habe die Ecken sind ganz schön anders und spätestens halt das Dach aber man siehst du halt das fucking Dach bei einem Fußballspiel und irgendwie sieht das halt komplett gleich aus auf den ersten Blick aber auch nur auf den ersten ja auf den zweiten vielleicht auch noch aber auf den dritten nicht mehr ich muss ja auch letztens sagen ich glaube das ist vielleicht meine meine Sehnsucht danach aber das Stadion von Spartak war es glaube ich kann mich ein bisschen irren sieht ein bisschen aus wie unser Volksparkstadion was größtenteils am Dach liegt weil das halt auch so geriffelt ist in diesem weiß was halt nicht mehr weiß ist weil Natur und so was jetzt so beige weiß ist Creme andere würden sagen versifft aber das sieht halt auch auf den mini ersten Blick so aus auch wenn Volksparkstadion natürlich etwas größer ist und blauer aber ich dachte mir halt ich weiß nicht ob es wirklich in der Commerzbank Arena heißt wie heißt das Stadion von Frankfurt ich glaube das wird die hier drin sein Commerzbank Arena ich glaube da war das Spiel gegen Saudi Arabien vielleicht auch das davor gegen Österreich nicht ob Österreich war auswärts ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt aber ich wusste halt auf den ersten Blick nicht welches Stadion das war und dachte mir einfach das wäre die Red Bull Arena gewesen vielleicht war es die auch vielleicht war es auch das Commerzbank Ding vielleicht war es auch einfach das Stadion von Braga mit dem Felsen vielleicht vielleicht auch nicht ich habe keine Ahnung es tut mir leid so wir sind durch glaube ich haben jetzt auch zwei Stunden gelabert ich habe euch wirklich alles gezeigt glaube ich aus diesem Save wenn ihr irgendeinen Spieler sehen wollt egal ob jetzt nur einen von mir oder halt irgendeinen Spieler wie Pellegrini zum Beispiel oder Pellegrini schreibt es ruhig in die Kommentare ich habe Bock mit euch über meinen Save zu reden das war jetzt auch ein sehr langes Video und jo viel gequatscht ich hoffe mal ein paar haben schön durchgehalten wenn ja vielen Dank und wir sehen uns bei dem nächsten Video was dann wahrscheinlich das normale Let's Play wird ich bin mir sehr sicher dass dieses Jahr keine Special Folge mehr kommen wird von diesem Save weil ich den wohl ja zur Seite legen werde und für immer mit meinen Herzen behalten werde weil er halt so geil war aber man muss ihn jetzt halt nicht verschandeln indem man noch zu einem anderen Verein geht oder so das muss nicht sein eher würde ich einen anderen Save nochmal beginnen aber ich glaube mir reicht mein Journeyman Save aktuell gut also vielen Dank an alle die zugeschaut haben auch über die komplette Zeit ich glaube es gab einige die ein bisschen durchgeskippt haben weil ich halt auch viel gelabert habe ist auch absolut kein Problem hätte ich auch gemacht aber wenn du halt wirklich komplett durchgeguckt hast dann bist du halt der King kannst du auch so in die Kommentare schreiben dass du der King bist das werde ich halt liken weil du halt auch der King bist und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder nächsten Video was auch immer das wird wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt wie gesagt in die Kommentare ich versuche alles zu beantworten und zu screenshotten wenn es hier möglich ist und ja bis dahin ne tschö